Hallo, einen wunderschönen Dienstagmittag wünsche ich euch da draußen schon mal direkt. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Hallo Paco, danke für 39 Monate. Jasmin, danke für 8 Monate. El Nelsar, danke für 8 Monate. Ne, 20 Monate. Teilzeit, danke für 28 Monate. Der Schweizer, danke für 10 Monate. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe gehört, Waterpoo ist zum allerersten Mal hier in einem Stream live dabei. Hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, die Kopfschmerzen gehen schnell weg. Philipp Aß, danke für 19 Monate. Und Ayumi, danke für 3 Monate. Linus, ich habe dich auch lieb. Schön, dass ihr da seid. Freunde, ihr wisst ja, bei uns ist gerade alles ein bisschen kreuz und quer und drüber und drunter. Momentan ist ja so, Flo genießt sich noch von seinem Bauchdeckenriss. Aber es sieht wohl so aus, wenn alles gut geht, sind wir am Freitag, zumindest Flo und ich, mal wieder im Büro. Doppelstrich ist immer noch doppelstrichig. Olli ist ja gerade unterwegs und das wird auch ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, da ich, ich habe mir sein Briefing nicht durchgelesen. Deswegen weiß ich nicht, ob man schon darüber reden darf oder nicht. Aber, ähm, naja, äh, wird auf jeden Fall cool. So sieht es aus. Das, äh, das kurz dazu. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ja, ich habe immer noch, ähm, immer noch, äh, den, den, den Corona-Doppelstrich. Doppelstrich wird ein bisschen, ist so ein bisschen, bisschen schwierig. Wir wissen, Olli ist für Samsung im Ausland. Ja, seht ihr, siehst du, da kommen noch, äh, viele tolle Streams dazu. Äh, da, äh, da passiert noch was und so weiter. So, also heute geht es mir schon ein bisschen schlechter als gestern, muss ich kurz mitteilen. Ähm, das heißt, ich glaube, morgen, ähm, wird, wird wahrscheinlich, äh, Flo dann alleine mit der, mit der Primetime-Show unterwegs sein. Aber, das seid ihr ja gewohnt. Das ist ja, das ist ja in der letzten Zeit des Öfteren so, dass wir verschiedene Solo-Streams machen, weil wir es irgendwie gerade gesundheitlich 2024 irgendwie alle ein bisschen verkackt haben. Naja, ähm, ich bin froh, dass zumindest meine Tochter wieder negativ ist und dementsprechend, äh, ist schon mal das Wichtigste überstanden. Ziegelmeister, Dankeschön für neun Monate. Äh, ja. Ja, soviel dazu. Wie ist denn bei euch? Was war, wie, wie geht's, wie steht's? Und, äh, habt ihr Vorschläge? Also, ich sitze jetzt hier. Äh, Sandler, Dankeschön für 25 Monate. Danke fürs Starten des Hypetrains. Ähm, der Streit im Hintergrund geht weiter, daher die Solo-Streams, ja, so sieht's aus. Also, wir haben ganz viele Möglichkeiten. Ich bin jetzt einfach hier, ich hab Zeit, ich sitze hier rum, ich könnte mich jetzt drei Stunden mit euch unterhalten, wir könnten, ähm, über Gott und die Welt reden, vielleicht habt ihr ja auch auf spezielle Themen Bock, vielleicht wollt ihr ja irgendwas Spezielles wissen oder sonst irgendwas. Das können wir heute machen. Wir können auch gucken, ob es irgendein spannendes, äh, kleines, lustiges Solo-Spiel gibt, ja. Also, ihr hattet mir zum Beispiel mal, ähm, There is no game empfohlen. Das haben wir hier gezockt bei so einer Solo-Runde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, kannst du ein bisschen spoilern, was dieses Jahr geplant ist bei euch? Ja, kann ich machen. Ähm, also, wir haben, äh, insgesamt große Umstrukturierung, äh, eben auch, ähm, intern, firmentechnisch, ähm, und wir planen halt darauf basierend sowohl mehr Streams als auch mehr produktionierten Content, äh, produktionierten, mhm, produzierten Content. Äh, da wird es einige Veränderungen geben, aber wir nutzen die ersten zwei Monate, Januar und Februar, jetzt erst mal, um das Ganze zu strukturieren und reinzugehen. Ähm, so wird das noch das Standardprogramm sein und sich dann immer weiterentwickeln. Wir haben schon für März auf jeden Fall ein cooles Event geplant, äh, und davon dann, dann auch mehrere, äh, für das ganze Jahr verteilt. Ähm, ja, wir haben theoretisch drei neue Projekte und dann haben wir große Messenplanung und vielleicht, das ist jetzt ein großes Vielleicht und das habt ihr jetzt nur hier gehört und tragt es auch nicht weiter und erzählt es niemand, vielleicht schaffen wir heute auch, äh, dieses Jahr auch eine kleine Podcast-Tour. So. Äh, ba, ba, ba. Paul geht jetzt die Bilanz der Firma durch? Nee. Nee, ich will nicht so ein Downer zum Anfang des Jahres. Ähm, auch krank, es sind so viele von euch krank. Gute Besserung auch an euch alle da draußen. Okay, wir erzählen das niemandem, ja. Darf man nächste Woche schon auf eine neue Folge was freuen? Ja, Karasu, darfst du? Ähm, ist auch eine, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Folge geworden, äh, mit dem wunderbaren Mango. Sehr, 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 sehr schön. Also wir reden über, ähm, über auch seinen interessanten Werdegang und, äh, auch seine, ja, äh, seine, seine Firmengeschichte und auch seine, ähm, seine ADHS und was das damit zusammen, was das alles damit, wie das alles damit zusammenhängt und so weiter. Es ist sehr, sehr spannend geworden, fand ich. Bei mir kicken die Depressionen hart rein. Seit ich bei meiner Psychiaterin war. Okay, das ist ja, das ist scheiße. Das ist ja eigentlich falsch rum. Äh, stellt ihr mehr Leute ein, wenn ihr mehr plant für nächstes Jahr oder eher umstrukturieren? Wir können eher umstrukturieren. Wir haben so ein bisschen klare Aufgabenverteilung vor uns und, äh, aktuell, also kann ich auch ganz offen sagen, richtig, äh, wir können uns nicht noch mehr Angestellte leisten, aktuell. Ich bin mental schon länger nicht gesund, aber auch nicht krank. Zustand ist schwierig. Ich freue mich über eure Streams. Ja. Ich hoffe, das kommt. Äh, geht bald wieder in die bessere, in die positive Richtung. Ich höre gerne euren Podcast und freue mich immer dabei, Hausarbeit machen zu können. Danke dafür. Das heißt, umso regelmäßiger wir Podcasts machen, was ja auch krankheitsmäßig, äh, so hin und her ging, umso mehr machst du deinen Haushalt. Na, müssen wir mal drauf achten, dass das läuft. Podcast und Hausarbeit, äh, Hausarbeit oder Fahren ist das Beste. Ja, das habe ich schon von vielen gehört. Geveno, äh, Kevon, ne, oder Kevon wahrscheinlich. Oh Mann, vier Monate. Dankeschön. Tatsächlich, ja, vor allem Sachen, die ich hasse, wie Spülmaschine ausräumen oder Wäsche aufhängen. Echt? Spülmaschine ausräumen und Wäsche aufhängen sind ja die coolsten Sachen, finde ich. Ja? Rommelsbacher, danke für 32 Monate. Ich stelle gerade mein Portfolio für eine Jobbewerbung zusammen. Danke für die Unterhaltung dabei. Sehr, sehr gerne. Profi, der fährt und Hausarbeit macht. Schloh, schön, dass du da bist. Äh. Lücari? Lücarsaria. Dankeschön für 26 Monate. Beste ist immer noch Staubsaugen. Staubsaugen finde ich das Schlimmste. Sag mal, ich finde, das, äh, finde ich halt total spannend, dass ihr, dass ihr da ganz andere Vorstellungen habt. Moment, da muss ich jetzt mal ganz kurz, ich mache mal eine Abstimmung. Mirrors. Dankeschön für 11 Monate. Ne, Wischen ist schlimmer. Oh, Fensterputzen. Ja, Fensterputzen ist schlimm. Okay. Was ist die schlimmste, schlimmste Hausarbeit? Klingt jetzt auch irgendwie komisch, aber egal. Okay. Wir haben Fensterputzen. Wir haben, ich mache mal, äh, Staubsaugen und Wischen in 1. Ähm, genau wie, äh, Spülmaschine und Wäsche. So, was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Backofen reinigen. Ja, das ist auch so eine eigene Sache, ne? Backofen reinigen. Und Abwasch, ja, Abwasch machen natürlich, wenn man, Bett beziehen, Bett beziehen ist ja, das ist ja gar nichts. Okay, pass auf, da machen wir Küche putzen, weil, und Bad putzen. Das sind nochmal so extra Sachen, die, die ganz, 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 ganz schlimm für sich sind. Okay. Wir haben Fensterputzen, Staubsaugen, Wischen, Spül, na, ja, okay, pass auf, wir machen Geschirr und Wäsche in 1 und dann Küche putzen, ich kann nicht schreiben, Geschirr, Wäsche, Küche putzen, Bad putzen. So, da gehen wir mal rein, das sind jetzt die Optionen, Freunde, Umfrage steht, was findet ihr am schlimmsten, ja? Wir haben Fensterputzen, Staubsaugen, slash Wischen, das ist in 1, weil das richtig sauber machen, Geschirr, Abwischen, Spülmaschine, was auch immer und Wäsche waschen, das alles in 1, Küche putzen, Bad putzen. Das sind die, die Hardcore Favorites. Nus, hallo, schön, dass du da bist. Alleine das große Bettbeziehen ist übelst nervig. Hey, das dauert 5 Minuten, im Gegensatz zu allen anderen, Jasmin, was ist da los bei dir? Zu Küche putzen gehört dann natürlich den Backofen sauber machen, den Herd sauber machen und so weiter und so fort, ne? Also ganz klar, sag mir, dass deine Community 25 ist, ohne mir zu sagen, dass deine Community 25 ist. Ist so, aber hier werden die wichtigen Themen besprochen, ja? Die wichtigen Themen. Kommt drauf an, wie groß man ist beim Bettbeziehen. Dann stellst du dich aufs Bett, wenn es darum geht, die Bettdecken da rein zu machen. Strohout goes. Dankeschön für 11 Monate. Schön, dass du da bist. Ich finde es gemein, dass du Geschirr und Wäsche in eins packst. Ich liebe es, Wäsche zu waschen, aber Geschirr spülen ist kacke. Ja, ist jetzt hart. Ist jetzt hart, aber ich fand das schon äquivalent von der Nervigkeit her. Aber ich sehe schon, Fensterputzen gewinnt, geht in die richtige Richtung. Man muss es nur öfter machen. Backofen ist zum Beispiel so ein Riesenproblem, wenn man da einfach, oder ich zumindest, da so selten dran denke oder Bock drauf habe, selbst wenn Nadine sagt, Paul, du hast jetzt schon fünfmal hintereinander den Backofen benutzt. Hättest du mal Bock, den sauber zu machen? Und ich sage, ja, ja, klar, mach ich. Habe ich zwei Minuten später vergessen. Ich 24, fühle mich ausgegrenzt. Nee, keine Sorge, du zählst mit rein. Mein Backofen erinnert mich an die Regierung und macht das dann alleine. Ach, erinnert mich an die Reinigung und macht das dann alleine. Warum auch immer ich Regierung gelesen habe. Ui, ui, ui. Man muss den Backofen sauber machen? Ja. Es sei denn, du hast so eine pyroklastische Reinigung. Aber das habe ich nicht. Hochbettbeziehen, Endgegner. Was habt ihr denn alle mit Bettbeziehen? Ich finde Bettbeziehen so einfach. Habe letztens die Waschmaschine gewaschen. Das war auch anstrengend. Moment. Man muss die Waschmaschine reinigen. Da tut man doch auch nur so Zeug rein. Schäumt das einmal durch und dann ist es gut. Ja, Flusensieb. Genau, das holt man einmal raus und ansonsten macht das Ding doch nicht. Das wäscht doch. Okay, also Fensterputzen bin ich auch bei euch. Kann ich auch nicht. Also kann ich auch einfach streifenfrei nicht, sondern wenn ich das Fenster putze, ist es dreckiger als vorher. Bettbeziehen als Allergiker ist gleich tot. Ja, gut. Kommt auf die Dicke der Matratze und Größe etc. an. Gewichtsdecke beziehen ist auch anders wild. Okay, Freunde, mit euren Special Problems. Was ist los? Was? Ich lester doch nicht über dich. Ich, ich wundere mich nur, weil ganz viele Leute von Haushaltsarbeiten einfach Bettbeziehen super anstrengend finden und ich denke so, das ist eine der einfachsten Sachen überhaupt. Macht Staub. Macht Staub. Ja, genau. Auch Allergiker haben sich beschwert. Ja, ist schon okay. Ja, aber das ist ja, okay. Aber Wäsche, Wäsche waschen ist ein ganz anderes Thema. Geh, geh in deine Ecke. So. Doch, Nadine, er sagt, er putzt besser als du. Im Leben würde ich das nicht sagen. Das ist die lächerlichste Aussage überhaupt. Gewichtsdecken waschen ist an richtig wild. Ja, gut, wenn ihr alle eure Gewichtsdecken habt, ja, ihr, äh, wie heißt der, Bill Kaulitzes dieser Welt, dann, dann weiß ich auch nicht. Kohlrabi-Knabe, moin moin. Fenster putzen. Ja, ja, Fenster putzen hat auch gewonnen. Also Fenster putzen ist, äh, Abfuck anscheinend. Nach Bett beziehen habe ich Rückenschmerzen? Alter. Was hat jetzt Bill Kaulitz damit zu tun? Bill Kaulitz war der erste Mensch, von, von dem ich von Gewichtsdecken erfahren habe. Äh, und dass er damit schläft und es sich für ihn anfühlt, als würde er halt abends umarmt werden beim Schlafen. So. Fenster putzen sich durch Regen, so nämlich. Ja, ich mache auch immer auf. Dusche mit Schiebetür zu putzen, ist die fucking Hölle. Aber Dusche macht man doch immer direkt nach dem Duschen sauber. Gewichtsdecke hatte früher meine Oma. Ich habe das vorher noch nie gehört. Also ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich davon gehört habe, aber ich hatte vorher davon noch nie gehört. Vor drei, vier Jahren das erste Mal oder so. Bill Kaulitz ist der Frontsänger von Tokio Hotel. Ich habe jetzt Paul hat euch das erste Mal von Gewichtsdecken gehört. Ja, ist krass, ne? Ich habe die in der Therapie kennengelernt, auch interessant. Wir ziehen auch immer die Dusche ab, aber bei mies kalkhaltigem Wasser muss man trotzdem irgendwann mal machen. Ja, aber seltener. Unser Sohn hat so eine Decke wegen seines Autismus. Ja, das kann ich deswegen. Also wir haben ja auch schon Leute gesagt, wegen Therapie. Bill Kaulitz ist der Bruder von Tom Kaulitz. Ich glaube, das hilft richtig. Für mich als ADSler ist jede Hausarbeit schwierig und eine große Aufgabe, egal ob es fünf Minuten oder 25 Minuten dauert. Ja, Tokio Hotel gibt es noch? Ja, die sind giga erfolgreich. Warum bekomme ich eigentlich erst nach einer halben Stunde eine Benachrichtigung von Twitch? Das geht so nicht. Finde ich auch. Das heißt, 15 Minuten Countdown ist zu wenig. Wir gehen jetzt auf 30 Minuten Countdown, weil kommt erst nach einer halben Stunde die Benachrichtigung, Freunde. Dusche mit Schiebetür in ein mega kleines Bad geschopft. Ich hasse es wie die Pest. Ja, das, ja okay. Klingt ein bisschen so, als ob das da nicht hingehören würde. Das Ganze erinnert mich daran, dass ich Fenster putzen muss, weil ich ein paar Wochen an unserem Fenster der Narrenumzug vorbeizuge. Apropos, also jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, Freunde. Es gibt doch, es gibt doch so geiles Zeug, wir müssen mal hier gucken. Es gibt doch so geiles Zeug, äh, Fensterputzgeräte. Hier, okay, ich kann halt nicht schreiben, anscheinend. müssen wir mal gucken. Die so von innen und außen gleichzeitig reinigen. Kennt ihr das? Gibt's eigentlich, ich hab mich noch nie damit, hier, da, danke. Gibt ein dunkles Design, Digga. ähm, 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 ich hab aber vergessen, wie die heißen. Ich hab vergessen, wie die heißen. Äh, aber sowas gibt's doch. Es gibt doch, hier ist es der, das da. Nee, es ist einfach ein elektrischer Fensterreiniger. Freunde, Moment. Nee, wo ist der denn? Wie können die das denn machen? Wie kann ich denn von hier, nee, von hier, diesem Bild, wo ich das Ding will, was sich meine Fenster von alleine hoch saugt, zu diesen Sachen kommen? Da ist er. Ha, deswegen. So. und der fährt ja von alleine hoch. Das Problem ist nur, gerade hier in Berlin hat man halt nur so winzige, also, es sind halt alles solche, solche Fenster und davon halt mehrere und doppelt. Da bringt so ein Ding halt gar nichts, ne? Das müsste ich ja alle zwei Minuten, ach, alle 20 Sekunden woanders hinstellen. Ist der letzte Mist, sagt ihr? Letzi, danke schön für 29 Monate. Halt Altbaufenster, genau. Der Dickster, danke schön für 16 Monate. Ich hasse die Dinger, bei mir ziehen die immer eine lange Schliere in der Mitte, wenn ich die benutze. Nimm den von Kärcher. Okay, pass auf. Fenster, Reiniger, Kärcher, Freunde. Fenster, Reiniger, Kärcher. Fenster, Reiniger, Kärcher. So. Äh, ist nicht der Vergleichs- oder Produktsieger, aber der hier, ja? Kärcher, WV6 Plus. Aber, ich hab halt nicht so große Fenster. weil der kann ja alles sauber machen. Aber auch das, das bringt zum Beispiel bei mir nichts, weil, der kostet 72 Euro. Warum kostet der? Ich dachte, Kärchergeräte sind immer krass teuer. Ist das günstig? Irgendwie hab ich mir den teurer vorgestellt. Das ist doch echt günstig, oder? Der von Kärcher ist auch Mist. Ja, 30% Rabatt, aber 100 Euro. Ich weiß nicht, ich hätte bei einem Kärcher, würde ich jetzt irgendwie mehr ausgeben, äh, nicht mehr ausgeben, sondern mehr mit, von mehr ausgehen. So. Der ist jeden Euro wert. Aber wofür? Zum Fenster reinigen? Also, den nehm ich. Da geht's ja auch noch unterschiedliche Modelle. Ach nee, einfach Farbe. In Schwarz kostet er einfach 10 Euro mehr. Okay. Und in Weiß? Hm. Egal. Spiegel kann man auch mit dem reinigen. Mal ganz ehrlich, wie oft reinigt ihr die Fenster? Sehr selten. Zweimal im Jahr, glaube ich. Ist jetzt aber auch so ein bisschen, ein bisschen, drüber. Ja, zweimal im Jahr. Ich nutze den jetzt seit einem Jahr. Ich habe zwölf Fenster und brauche für alle zusammen 20 Minuten. So gut ist der, ja? So gut. Gut, den, den, den merken wir uns mal. Den schicke ich mir mal ganz kurz. Wenn der Chat sagt, der ist so gut. dann gönne ich mir mal ganz kurz den Link hier. Kercher Sponsoring Wann? Ja, gute Frage. So, Freunde. Eisprinzessin, Dankeschön für 29 Monate. Was haben wir denn, was haben wir denn noch so wichtige Sachen? So, jetzt haben wir das Haushaltsthema abgeschlossen. Was gibt es denn noch, Freunde? Wer ist hier der Influencer? Paul oder der Chat? Ja, das ist ja das Schöne. Wir sind ja, wir können uns ja gegenseitig inspirieren und ist alles, ist alles entspannt. Oh, es gibt noch Sonderzubehör. mit Akkuwischer. Was heißt das denn? Eieieieiei. Ach, der reinigt nochmal extra. Ne, da sind wir raus. Nassstaubsauger war auch ein Gamechanger für die Couch, Teppiche. Wieso Nassstaubsauger für Couch und Teppich? Genau da packt man die doch nicht drauf. Ich hab einen Nassstaubsauger hier, der staubsaugt und wischt in einem für den Boden. Aber doch, nicht für den Teppich. Muss man loswerden, dass ich die einzelnen Streams von euch auch sehr mag. Ja, ist das schön. Da kann man halt nochmal ein bisschen intensiver reingehen. Hey, Dickie. Schön, dass du da bist. es gibt so Hochdruckreiniger es gibt so Hochdruckreiniger für Teppich. Ich hätte gerne, Freunde, wie heißen die denn? Polsterreiniger. So ein Gerät für Sofas. Habt ihr da auch Empfehlungen? Um so ein Sofa schön sauber zu machen? Achso, das sind jetzt die, nee, ich will ja Geräte. Kercher Polsterreiniger. Okay. Kercher Polsterreiniger. Ja, aber ist das, wie heißen die denn? Wie heißen die denn? Ich weiß, dass man die bei DM ausleihen kann. Ich habe auch Sunset Club gehört. Aber cool, danke schon für 16 Monate. Wie heißen die denn? Nasssauger? Herr Polsterreiniger. Dampfreiniger? Echt? Ich nehme den Kercher SE 4002 für die Couch. Okay. Dann gucken wir mal, was der Kercher SE, aha, Waschsauger. Digga. Das ist natürlich der einzige, den es auch nicht zu kaufen gibt, aber ist wahrscheinlich auch Preis wahrscheinlich irgendwo dazwischen, so 300 Euro oder so. Wir haben auch Dampfreiniger von Kercher. Was ist Sunset Club? Das ist ein Podcast von Joko Winterscheidt und Sophia Passmann. Aber die haben doch einen Namen, oder? Polster Reinigungs Gerät. Heißen die einfach so? Hier ist Polster Reinigungs Gerät Test. Mann. Das Highlight. Der sieht doch kacke aus. Ich möchte das nicht. War undicht, deswegen jetzt ein Auslaufmodell. Ja, cool. Schau mal bei Hyal. Hyal Multi Dampfreinigung. What? Kercher Dampfreiniger. Komme ich auch wieder bei Kercher. Hühler. Okay. Hühler. Okay. Sorry. Hühler Germany. Was ist das? Warum will ich es? Was kann es? Es kann gar nichts. Ach, das ist Aha. Okay. Aha. Okay. Und was kostet so ein Teil? Shop. Rein in den Shop. Ich brauche natürlich den Defender den Era 2 Rapida. Ne, macht keinen Sinn. Okay, cool. Freunde, ich brauche hier was ist das? Warum heißt der denn Defender? Was verteidigt er? Gott, es sind mir viel zu viele Einzelteile. Wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche so Sachen, wo ich einmal draufklicke, dann ist das alles in einem Ding drin, ich muss keine Gedanken machen, ich muss mir keine Gedanken machen, das ist der Thermomix unter den Staubsaugern. Er verteidigt die Wohnung gegen Dreck. Ja, genau so. Nicht kaufen, Hühler ist sehr shady. Okay, nimm Dyson. Komm, wir gehen noch mal bei Dyson rein. Dyson Polsterreiniger. Gibt es so was? Haben die so was? Polsterreiniger Nass-Tipp. Oh mein Gott. Dieser Jung, 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 ich kann den nicht mal aussprechen. Der schneidet überall gut ab. So, wir gehen mal hier auf die, das sind Freunde, das sind die Top 3 Produkte. Platz 3 ist der Kärcher, der eben besprochene 402, der anscheinend aber undicht sein soll, ja. Der kann, der macht hier damit von seinem VW-Bus die Sitze sauber. Gut. Schön. Dann haben wir den. Bisset Spot Clean. Der sieht doch aus wie so ein Gerät. Pad Pro. Ideal für Teppich, Treppen, Polster und das Auto. Aber der sieht doch aus wie so ein Gerät, dem ich vertraue. Weißt du warum? Weil er so und er sieht so aus wie so ein kleiner Roboter. Bin sehr zufrieden damit. Okay. Der kann, der kann so richtig anscheinend. Uiuiui. Also da behaupten sie aber viel. Also der Uiuiui. Und der macht genau das, was man sich wünscht. Nämlich du siehst wie er den Dreck da, da, du siehst wie er den Dreck so reinzieht. Den gibt's bei Geiz hals, ja. Klicken wir nochmal drauf hier. Guck dir an. Schlechte Bewertung, Alternate, ja. Das ist aber nochmal ein anderer, ne. Der Pro Clean, das ist ja, äh, Moment, das ist ja der hier dann, ne. Ne, das ist nochmal was anderes. Der kann das auch, nur in kleiner. Ne, aber der, also wenn er nicht so hässlich wäre, ich weiß nicht, mir gefällt dieses Grün nicht, aber ist schon, der ist schon gut. Und dann, der gewinnt irgendwie überall, der Yonr, Yonr. Aber der sieht halt kacke aus. Ja, ne, sowas braucht man halt nicht. Das ist halt sowas wie das, was ich hier habe. Das habe ich halt schon, ne. Der macht genau das da. Der saugt und wischt. Aber das ist halt kabelloser Nass-Trockensauger, genau. für Bodenreinigung. Aber das ist doch Schwachsinn, dass der in einem Test ist für Polsterreiniger. Das macht doch gar keinen Sinn. Also so gar keinen Sinn. Aber der hier, Freunde, gehen wir wieder rein. Ich will mal WhatsApp aufmachen hier. Den gönne ich mir. Also den gönne ich mir jetzt nicht, sondern ich packe den mal hier dazu. Das wird natürlich alle noch besprochen. Hä? So. Nimm Kärcher mit auf die Liste und schau es an. Aber der Kärcher ist so groß. Aber er kostet genauso viel. Ja, ihr habt recht. Ich nehme den Kärcher mit auf die Liste. Man soll ja vielleicht auch wieder ein Ding mehr im Schrank. Ja, ist so. ne? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habt ihr recht. Aber Kärcher ist 11 von 10. Ja, okay, 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 okay. Aber kein Roboter ist schwer genug und kann genug Druck aufbringen bei hartnäckigen Flecken. Mach deiner Streifen. Achso, ihr habt so Staubsaugroboter. Ich finde, also bei Staubsaugern schwöre ich auf Dyson zumindest als Katzenbesitzerin mit Teppich. Ich verstehe dich, Bambi Bay, aber jetzt meine Frage. Ich finde Dyson ist so krass pflegeintensiv. Wisst ihr, was ich meine? Also der ist so der ist den muss man irgendwie so viel reinigen. Dyson ist auch immer so laut. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es versucht, aber mich hat es nicht überzeugt. Mich hat der Dyson irgendwie nicht gekriegt. Bezahlt man bei Dyson nicht mit einer Niere? Ich glaube, so schlimm ist es nicht, aber ja. Aber ich kenne genug Leute, zum Beispiel Olli ist auch so jemand, der ultimativ auf Dyson schwört und ich denke mir halt so nee. Nee, ich finde Dyson geht voll pflegetechnisch, würde ihn aber nicht mehr kaufen wegen politischen Gründen. Was hat Dyson jetzt schon wieder politisch gemacht, wovon ich keine Ahnung habe? Was ist hier los? Dyson politisch News James Dyson, der letzte Befürworter des Brexit. Statt beim Staubsauger zog er beim E-Auto den Stecker hat für Brexit gespendet. Ja gut, da sind aber da ist er ja auch also also dass da wie war das nochmal beim Brexit mit der Entscheidungsgewalt die Alten haben entschieden war das nicht so dass irgendwie das so eine krasse Statistik war hier die jungen Leute haben zu 75 Prozent gesagt sie wollen bleiben bis 24 bis 49 sogar 56 Prozent und dann ab dem Alter 50 aufwärts wurde es immer schlimmer also den Brexit wollten die die dann darunter wirklich die Konsequenzen spüren und darin leben müssen die wollten den Brexit nicht denen denen es egal sein kann die haben sich für den Brexit entschieden also Amy dankeschön das war das war sowieso ganz schlechte Geschichte Paul hast du eine gute Serienempfehlung gib mir ein Genre was guck warte ich muss kurz gucken der Chat hat bestimmt Serienempfehlungen zum Thema Fantasy was hab ich denn in der letzten Zeit geguckt Discovery of Witches hab ich geguckt ja ich geh jetzt mal in die reine real life Geschichte Carnival Row hab ich geguckt hat mir glaube ich auch gefallen gut Game of Thrones das ist ja jetzt auch alter Hase ich scroll hier gerade so Fantasy Serien durch Percy Jackson natürlich gerade gestartet Shadow and Bone auch schön Paul was hast du für einen Bezug auf dem Sitz das hat mir meine wunderbare Frau zu Weihnachten geschenkt das ist ein Stewie und der macht meinen Sitz warm das ist so eine Sitz Heiz Fläche das ist halt geil war da jetzt schon was dabei was du noch nicht gesehen hast bei den Empfehlungen The Sandman fand ich auch irgendwie richtig stark auf Netflix war das glaube ich was ich was ich jetzt angefangen habe zu gucken ist ich weiß gar nicht ob ich mein Passwort hier gespeichert habe ne gut Percy Jackson werde ich mir mal angucken ja da kommt jeden Mittwoch glaube ich eine neue Folge auf Disney Plus God Omens soll gut sein God Omens ist granios God Omens ist super cool das One Piece jetzt auf Netflix ist es super cool ja ja ist cool freue mich auch immer ich bin super gespannt wie es da jetzt weitergeht ja Loki Loki ich weiß ist das doch ist das Fantasy ja ne klar das ist auch so ein weiter Begriff oh Motherland ja auch eine starke Serie Motherland auch wirklich eine starke Serie ähm es kommt auch bald Avatar The Last Airbender Serie kann das sein also Netflix ballert ja auch gerade wieder raus ne genau Art hi schön dass du da bist geht ganz okay genau aber von dem Macher von Alice in Borderlands ist jetzt eine neue Serie auch auf Netflix äh wo der irgendwie wo es eine Real Life Serie aber Geister Dämonenjäger boah hab ich vergessen wie die heißt aber ähm auch krass auch interessant wie ich finde das Supernatural Prequel ist gut bin schon gespannt auf Rebel Moon hast du Teil 1 noch nicht gesehen ist schon draußen naja ist halt auch die Jahreszeit für Couch Hocken und Seriensuchten ja aber trotzdem die gönnen halt auch also sie gönnen halt im Sinne von neuen Produktionen neue Auflagen in gut also ich sag nur sorry die Real Life One Piece Serie ist granios jetzt gönnen sie aber natürlich in Kombination mit dem Hype auch äh die äh den Anime was ich super stark finde The Boys ja auch großartige Serie Les Skulls Dankeschön für 26 Monate und Nox Dankeschön für 21 Monate Tempest Danke für 27 Monate Ich hab euch eben übersehen und Panda Ghost Nom Nom Danke für 18 Monate Cool Wett Danke für 16 Shim Gao Graf Danke für 19 Ja Euch hab ich irgendwie seid ihr mir durchgerutscht Äh Habt ihr schon die neuen Bilder mit Liam Neeson als The Witcher gesehen Nein Freunde Gibt es da was Liam Neeson Ne hab ich Liam Neeson gesehen Liam Hemsworth Wieso sag ich Liam Neeson Das macht gar keinen Sinn Hemsworth Witcher so ähm ja ist halt schwierig jetzt ne ist ein bisschen sanfter aber kann noch warum hat er nicht wenigstens also Liam Neeson hat doch auch Bart warum haben die ihm denn den Bart komplett genommen aber es ist man muss auch sagen Henry Cavill also das ist halt auch schwierig also das ist halt schwierig daran zu kommen ne aber ich frage mich halt wirklich warum sie ach hier hat er Bart hier aber nicht oder ist das ist das echt naja das sieht irgendwie sieht das nicht echt aus ne da sind viele Fakes dabei ja glaube ich auch ja also ich finde Henry Cavill gerade in der Witcher Rolle optisch zu ersetzen ist schon nicht möglich ja das ist schon echt schwierig aber ich finde halt Liam Hemsworth ist auch kein schlechter Schauspieler so also muss man mal gucken Frage ist ja auch immer klar ist es dann immer hart da rein zu starten und so aber bin gespannt bin gespannt wie es wird Henry Cavill schwängert Frauen nur beim anschauen so hot ist der ja ist schon so ne viel mehr sorgen macht mir der Grund warum Henry weg ist ja ja aber Henry ist der ist da halt auch immer sehr hart und speziell ne ey die Warhammer 40k Serie da freue ich mich auch mega drauf mhm wieso kann man nicht beim Original bleiben das habe ich nicht verstanden es hat Fans total verärgert ich weiß das nicht ich weiß wirklich nicht warum das immer noch so ist dass das geändert wird obwohl in meiner persönlichen Wahrnehmung aber es muss ja eine falsche Wahrnehmung sein weil ansonsten würden die das ja nicht immer und immer wieder machen aber in meiner persönlichen Wahrnehmung gibt es ja immer Ärger wenn sie vom Original abweichen wenn sie da also immer immer wollen alle und das ist ja das ist ja so eine einfache psychologische Geschichte wann bist du zufrieden wenn Dinge deinen Erwartungen entsprechen das können auch negative Dinge sein aber trotzdem innerlich wenn passiert was du erwartest dann bist du zufrieden weil es erfüllt deine Erwartungen warum wird davon abgewichen das verstehe ich auch bis heute nicht weit weit lest j dankeschön für 26 monate kreativ kreativ gesehen kann man bei einer Adaption versuchen einen neuen Take zu machen aber die Gefahr es schlecht zu machen ist dann halt immer gegeben bei 40k ist die große Frage wie gut die Schreiber sind um das Screenplay zu schreiben ja ist wahr ja natürlich wurde mit ihm das geprägt ne Hemsworth könnte vielleicht der junge Witcher sein ja mal sehen hat bei Last of Us ja auch perfekt funktioniert einfach an die Vorlage halten mit ein paar extrem guten Neuerungen und schon sind die Fans und Neueinsteiger ja man nimmt ja auch so ein super erfolgreiches Franchise in meinen Augen sei es ein Spiel oder eine Buchvorlage oder sonst irgendwas um dann daraus einfach die Film- oder Serienvariante zu machen wieso da so viel Neues reinklatschen Last of Us war für mich auch Trash okay Hot Take an der Stelle habe habe neulich eine Buchverfilmung gesehen da haben die drei Bücher in einem 90-Minuten-Film gequetscht die eigentliche Story war kaum mehr vorhanden und die Figuren hatten außer den Namen nichts mehr mit dem Buch gemeint mega enttäuschend ja sowas verstehe ich dann auch nicht Games Workshop Aktien werden mit der Serie auf jeden Fall steigen freue mich drauf ja kann sein vollkommen recht erstmal Games Workshop Aktien kaufen Moment muss ja ganz kurz hier mal Arbeitsanfrage angucken äh 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 sorry freundlich muss einmal ganz kurz äh was schreiben sehr freundlich kann man auch perfekt für ich muss ich muss ließen ah dankeschön so 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 kauft Paul jetzt echt ein Aktien ne ne Freunde äh oder so k den haben sie hat letztendlich kaum noch an die Lore gehalten außerdem waren meiner Meinung nach die Schauspieler außer Geralt Siri und Jennifer größtenteils nicht gut es kam einfach nicht die düstere Witcher Atmosphäre aus den Spielen auf games workshop aktien sind gerade eh zu hoch ok freunde ich habe gar keinen plan davon wenn ihr das sagt dann ist das so dann ist das so ja so warte ich könnte mich auch einfach hier so ein bisschen lauter drehen falls ihr falls ihr das braucht ich weiß ich jetzt eine person geschrieben dass ich zu leise bin sonst hat sich noch keiner beschwert deswegen drehe ich mich jetzt lauter macht gar keinen sinn ich drehe mich wieder ein tick leise so freunde gestern war auch schon leise ja ich weiß doch auch nicht leute gucken wir heute noch eine doku keine ahnung habt ihr lust auf eine doku also mir ist ich bin für alles offen freunde wir können passt auf wir machen einfach eine umfrage und die mehrheit entscheidet was machen fragezeichen doku zocken quatschen so ihr habt da jetzt ganz kurz zeit abzustimmen umfrage ist noch nicht draußen ich hole mir in der zwischenzeit kurz neuen kaffee schalte kurz werbung ihr entscheidet was abgeht und dann geht es ab ok bis gleich ok das ist ja sehr eindeutig freunde dich da aus kannst du eine kreditkarte empfehlen du sagst du kannst du dich da aus kannst du eine kreditkarte empfehlen boah das kommt auf so viele faktoren an da also wie viel geld hast du wie viel geld willst du im monat ausgeben ist es privat ist es geschäftlich was also da reißt du viel oder kaufst du viel technische sachen ein bist du in hotels unterwegs nimmst du mietwagen nutzt du miles oder six diese frage nicht so beantwortbar alfa arzorg tut mir leid kann ich dir kann ich dir so nicht sagen undertake curse fuchs dankeschön für 54 monate und sophie zöp dankeschön für sieben monate sehr gut wenn du wenn du sie nicht unbedingt brauchst am besten gar keine nein kreditkarte ist richtig gut um deine kreditwürdigkeit zu erhöhen falls du irgendwann mal eine kreditwürdigkeit brauchst aran dankeschön für 44 ist natürlich auch richtig schlecht wenn du es nicht bezahlen kannst dann senkt das sehr sehr schnell deine kreditwürdigkeit aber wenn du eine kreditkarte benutzt und jeden monat immer wieder pünktlich abzahlst wie normal das system funktioniert mit kreditkarten in deutschland dann sagt sie oh guck mal der zahlt immer seine kredite pünktlich und perfekt und in voller gänze ab das ist so ein ganz doofes technisches system und das steigert dein score aber dafür müssen natürlich das ist nur einer von vielen faktoren aber ja das ist das kreditkarten sind super komplexes thema für sich habe auch erst vor drei monaten angefangen mich intensiv damit zu beschäftigen und will mich da auch noch immer weiter rein so hatte eben rtl dschungel camp werbung wow aber ist der score nicht hinfällig jetzt schufa ist ein bisschen hinfällig geworden aber es gibt ja noch viele andere faktoren naja ist nicht hinfällig aber habt ihr schon einmal neue freunde moment was ist das ok freunde wir müssen jetzt erstmal gemeinsam gemeinsam warte ich muss mal gucken womit ich hier überhaupt eingeloggt bin ok gibt wieder nur schrott moment ah ah so so äh pf 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 Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, Schufa-Score darf nicht maßgeblich für die Bonität sein. Also das ist durchgekommen, wer will, wer sich damit genau beschäftigen möchte, kann sich das bei der Tagesschau kurz durchlesen, aber das ist das Ergebnis, zu dem der Europäische Gerichtshof gekommen ist. Dementsprechend kam die Aussage mit der Hinfälligkeit. Ähm, nichts was traurig oder wütend macht. Okay, was mit Tieren? Naja. Memes ist auch eine gute Doku. Ich warte auf den Moment, wo ihr separat auf das gleiche Video reagiert. Ich habe auch schon überlegt, ob man das nicht machen sollte. Ich könnte ja zum Beispiel auch auf Flo's Solo-Reaction von irgendeinem Video reagieren. Äh, und die, die, ähm, die Reaktion sozusagen erweitern. Äh. Modul-Reaktion. Hm, kann ich... Mal gucken, ob ich eins finde. Ich müsste natürlich jetzt eins nehmen, was noch nicht veröffentlicht ist. Hm. Moment, um das dann zu erweitern. Was ist denn da? Das haben wir zusammen gesehen, zusammen gesehen, zusammen gesehen. Ha, ich glaube, die Solo-Reactions von Flo sind alle schon draußen. Ne. Das hier noch nicht. Also, wenn ich jetzt eins nehme. So. Warte. Warte. Moment. Moment, Freunde. Okay, er hat sich hier auch so ganz an den Rand gepackt, ne? So. Jetzt müsste ich mir den Rahmen noch schnell holen. Okay. Moment, Moment, Moment. Moment, ich brauche kurz den Rahmen. Ja, falls ihr euch fragt. Nein, ich habe den nicht. Äh. Weil dann könnte man das nochmal aufnehmen. Und wir sind gar nicht zusammen. Irgendwie finde ich das witzig. Ich finde das einen guten Gedanken. Ich bin mal gespannt. So, neuer Rahmen. Ist das? Ne, das ist der. Der ist in groß. Neuer Rahmen. Auch groß. Neuer Rahmen. Ich liebe es übrigens. Hm. 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 Hm, 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 hm. Ja, das wird ja gar nichts hier. Warum gibt es denn keinen Einzelrahmen im Drive? Tante Bay, danke schön. Da muss Olli das noch schauen. Und ein drittes Mal. Ja, das ist wahr. Und theoretisch müsste das genauso passieren. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache nämlich jetzt Trick 17. So, wie Flo das hat. So, wie Flo das hat. Nee, falsch. Da. Ich mache jetzt ein Bild. Rahmen. 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 Durchsuchen. Durchsuchen. Downloads. So. Okay. Das ist ja der falsche. Aber, ich packe den einfach nur so hin. So. Moment, wie sieht das aus? Ich muss mich unten noch ein bisschen rausnehmen. Ja. Nehmen wir unten noch ein bisschen weg. So, fällt gar nicht auf. Fällt fast gar nicht auf. So. Freunde. Wie stehen wir dazu? Weil, keiner weiß, wie rechts noch etwas hat. Was? Ach komm. Das ist. Da. Die rechte Wand fehlt. Hm. Stimmt. So. Hä? Rahmen. Da ich den nicht habe. Ich mache einfach so. Bruder. Ist ja immer nicht so anstrengend. So. Ist gut. Perfekt, oder? Ja. Sehe ich auch so. Okay. Wir tun jetzt einfach so. Als gucken wir das gleiche Video nochmal. Okay, Freunde. Also, Mike. Weißt du Bescheid, ne? Bist ja hier. Das heißt, das hier nochmal neu. Sieben Tage Auktionshaus. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich darauf eingehen kann. Okay, Freunde. Let's go. Krass. Oh, fuck. Das war. Oh, fuck. Okay. Moment. Erstens habe ich den Ton ausgemacht. Und zweitens kommt hier jetzt nochmal ein Intro. Moment. Alright. Okay. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Freunde, hier gehen wir rein. Ich gucke mir ganz kurz die Lautstärke an. Machen wir noch ein bisschen lauter. Okay. Let's go. Freunde, vor eBay gab es und gibt es immer noch Auktionshäuser. So sieht es aus. Ein bisschen wie eBay, nur anders mit Menschen. Sehe ich auch so. Schauen wir mal. Es sind 410 geboten. Das nächste Gebot ist 450. 1300 Euro für eine aquarellierte Tuschefederzeichnung von Janosch. Krass. 605, jetzt sind wir bei 700. Bin ich ehrlich, hätte ich gedacht, eine Originalzeichnung von Janosch geht sogar teurer weg als 1300 Taken, oder? Sehe ich nicht so. Hätte ich gedacht. Sehe ich nicht. Machst du euch ein bisschen leiser wieder? Das hier vorne bin ich, Jörg. Ich bin in einem der größten Auktionshäuser Deutschlands, bei Henrys in Mutterstadt. Gebt mir kurz einen Daumen hoch oder runter, ob es vom Sound passt. Hier kommt nahezu alles unter den Hammer. Ob ein Original Banksy, ein Druck von 100 Wasser oder eine handsignierte Postkarte von Gerhard Richter. Oh. Aber auch Uhren oder Schmuck, Kunst und Antiquitäten werden hier verkauft. 180 Euro Startpreis. Also der Preis muss einfach schon eine kleine Verlockung für die Kunden darstellen, dass man in die Auktion einsteigt. Das heißt, sie machen es von Anfang an automatisch teurer. Sogar Autos bekommt man hier. Sieben Tage werde ich hier hinter die Kulissen blicken. Will wissen, wie geht Auktionshaus eigentlich? Woher kommen die ganzen Waren? Und wer sind die Käufer? Alles tieb ist gut. Wo habt ihr die... Wirst du noch lauter, Leute? Nee, oder? Jetzt ist doch gut. Habt ihr die Bilder gesehen? Schön. Ich bin scharf auf die Rahmen, Alter. Ich will die Rahmen haben, wo die Bilder drin waren. Um das Geschäft zu verstehen, habe ich etwas mitgebracht. Ein echtes Kunstwerk von einem renommierten Künstler aus Berlin. Es war ein Geschenk. Für diesen Film werde ich mich davon trennen. Wenn es denn überhaupt für eine Auktion hier in Frage kommt. Geil, er hat es geschenkt bekommen. Fand es immer wahnsinnig hässlich. Und hat jetzt endlich einen Grund, es loszuwerden. Ja, macht jetzt endlich Asche draus. Hallo, guten Tag. Ich bin Jorkommer, freut mich. Erbach, hallo. Schauen Sie mal, was ich... Boah, ich sterbe gerade. Ich würde da so gerne stöbern, Alter. Ich hätte so insane Bock, da durchzulaufen, Mann. Ich gar nicht. Interessiert mich null. Die wichtigste Hürde ist Ute Erbach. Sie wird in den nächsten Tagen die Auktion leiten. Okay, also ich verstehe, es wird aufgehängt. Aber es ist keine Lampe, kein Strom. Das heißt auch, no light. No light, ja. Okay. Gut, dann schauen wir mal, wie die Kunstwerke von dem Künstler so gehandelt werden. Also da ist es schon. Untitled oder no light. Entstanden 2009. Wurde versteigert in einem anderen Auktionshaus für 700 Euro. Na, da haben Sie ja eine Zielvorgabe, oder? Ja, deswegen würde ich vorschlagen, es mit einem Anfangs... Okay. Na ja, wer will cachen? ...preis von ungefähr 400 Euro in die Auktion zu nehmen. In der Hoffnung, dass man... Ja, ich bin eigentlich ganz sicher zuversichtlich, dass das deutlich mehr bringen wird in der Auktion. Deutlich? Was ist denn deutlich? Na ja, an die 700 etwa. Und drüber? Vielleicht. Sie könnten mir auch direkt für 700 abkaufen, wenn Sie möchten. Nein, das tun wir nicht. Wir kaufen generell gar nichts an. Na, für sich. Ich habe schon mal was gesehen, was sehr ähnlich aussieht. War Sexspielzeug, ne? Aber das kann man aufpumpen. Du. Wusste ich. Nein, für mich auch nicht. Wir versteigern immer im Auftrag für den Kunden. Und jetzt auch in meinem Auftrag. Ich will wissen, ob ich irgendwie mithelfen kann bei der Versteigerung. Kann ich denn mit dabei sein, wenn das Kunstwerk versteigert wird? Natürlich. Die Auktionen sind öffentlich. Kann jeder teilnehmen. Klar, sie auch. Könnte ich da auch einen Job übernehmen? Kann ich vielleicht mit oben sitzen und den... Halo-Fanboy, bitte krieg dich mal ein. Nur weil es dir nicht gefällt. Kunst ist immer eine Sache. Das findet schon jemanden, den das anspricht. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ja, genug Leute, die mein Zeug, was ich mache, so scheiße finden. Von daher. Manch einem gefällt es, manch einem gefällt es gar nicht. Manch einer fühlt sich richtig davon abgestoßen. Manch einer denkt sich, oh, das ist aber provokant. Das gefällt mir. Das hänge ich mir aufs Klo. Ein Hammerschlag. Das geht nicht. Sehr schön. Seht ihr, dafür habe ich euch Chat. Dafür liebe ich euch so, weil einfach Grubkree oder Grubkree oder wie auch immer. Schreibt einfach passend rein, one man's trash is another man's treasure. So sieht es nämlich mal aus. Natürlich. Weil wir euch jetzt mit hochbieten, ne? Wie sieht es aus? Wollen Sie es da lassen, damit wir es im August für Sie versteigern können? Ja oder nein? Naja, dafür bin ich ja da, ne? Okay, dann drücke ich Ihnen jetzt den Vertrag aus. Ich liebe diese Drucker. So. Einmal ich. Einmal die Waschmaschine. Einmal Sie. Hier bitte. So Leute, der hat einfach Ollis Humor. Ganz schön viel Provision. 20 Prozent. Das ist doch nicht viel. Ist schon aufregend ein bisschen. Bitte schön. In diesem Saal wird mein Kunstwerk in den nächsten Tagen versteigert. Einmal im Monat findet eine Auktion zur modernen Kunst statt. In den Wochen dazwischen werden Antiquitäten, Möbel und alte Kunst versteigert. Woher kommt das alles, was hier ausgestellt wird? Mir kommt es wie eine Mischung aus Museum und Indoor-Flohmarkt vor. Aber es ist ja Vorbesichtigung. Das ist das Reich von Ute Erbach und ihrer Geschäftspartnerin, Anja Eirich. Die hat wirklich Ollis Humor. Schauen wir mal, was Sie uns schönes heute mitgebracht haben. Beinahe jeden Tag bekommen die beiden Besuch von Menschen, die ihre Schätze zu Geld machen wollen. Was hat die für ein Werk? Lenzkirchwerk? Lenzkirchwerk, ja. Herr Werner ist einer von ihnen. Er kommt ganz aus der Nähe, ist seit Jahren Stammkunde bei Henrys. Vor allem Uhren und Antiquitäten hat er mitgebracht. Mitte 19. Schaue ich mir nochmal die Meißenfigur an von 1880-90. Da sieht man schön die Knarfe. Das heißt aber quasi, der ist auch Händler. Also ich meine, als Privatperson hast du ja nicht ständig irgendwelche Antiquitäten. Schwerter. Auch von Stammkunden nehmen sie hier nicht alles. In die Auktion schafft es diese alte Mackey-Figur jedenfalls nicht. Woher kommen die, Herr Werner? Ja, überall. Von der Pfleumärkte, Privathaushalte. Ah, so einer. Eigentlich über 40 Jahre. Da besorgt sich das Zeug. Und es ist der Trainer bei uns halt von Wiesestüge. Ach so, das war bei Ihnen mal zu Hause? Ja. Und die Frau sagt, das muss jetzt raus? Ja. Und jetzt geht es zwischen den beiden um den Startpreis. Hätte gesagt, dass man bei ihm auch wahrscheinlich vor lauter großen Uhren einfach nicht mehr treten kann. Mindestens. Ist aber auch wie bei Bares Faraas ganz häufig. 5,50. Boah! 2,80. Meist in der Porzellan, ne? Aber Herr Werner ist wohl nicht immer einverstanden. Also in dem Zustand, wie er jetzt ist, wird er nicht mehr wie 400, 450 bringen. 3,80 geht. Gut. Okay. Also wenn der Startpreis günstig und interessant gewählt ist, dann findet man schneller zwei Kunden, die sich dafür interessieren, die dann den Preis in der Auktion hochtreiben. So ist das Ziel. Und wenn der Preis zu hoch gewählt ist, dann kann es auch sein, dass die Auktion ins Stocken gerät, sich vielleicht nur ein Kunde findet. Und dann bleibt der Zuschlagspreis in der Nähe des Limitpreises. Und anders wäre der Preis gestiegen und hätte eventuell einen deutlich höheren Erfolg gebracht. Also hat das dann schon Methode, dass das mit eingeplant ist und es funktioniert. Ist es bewährt? Also es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert häufig. Also der Preis muss einfach schon eine kleine Verlockung für die Kunden darstellen, dass man in die Auktion einsteigt. Bei Henrys geht es nicht nur um Kunst und Antiquitäten. In drei Häusern werden Uhren, Schmuck, sogar Autos versteigert. Aber ich habe heute schon was Neues gelernt, weil ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe und nie gewusst habe, wer eigentlich den Startpreis festlegt. Und dass der ja logischerweise unter dem Wert beziehungsweise dem erhofften Ziel respektive Schätzwert liegen muss, klar. Spannend, 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 spannend. Aber halt auch Risiko reichen. Entweder das nimmt keiner oder es geht für deutlich weniger weg, als du haben wolltest. Ist schon, uh. Da gehe ich jetzt. Ein Thrill. Kann man aber als Kunde auch selber festlegen, Flo. Dicker Heftigste. Ich habe das heftigste Gartenhaus-Vibes. Das ist so ein Pflanzenkölle-Vibe, den ich davon kriege. So Gartenparadies-Ding halt auch haustrein. Da gehe ich jetzt mal hin. Yo. Ich bin überrascht über die schiere Anzahl Autos, die auf ihre Käufer warten. Einige werden direkt verkauft, andere versteigert. Porsche, Daimler, Fiat oder... Aber mein Wunschauto, Datsun 270, wieder nicht dabei. ...Romeo. Oldtimer im Wert zwischen 3 und 4 Millionen Euro stehen hier. Ich bin verabredet mit Cedric Habermehl. Morgen. Er ist Chef der Autoabteilung. Ich bin Jörg. Hi. Cedric, hallo. Freut mich. Was steht heute an? Also, dieses Auto hier wird heute abgeholt. Das kommt in den Raum Regensburg. Wir können uns das Auto gerne mal anschauen, wenn du magst. Klar mag ich. Ich habe keinerlei Ahnung von Autos. Habe nicht mal eins. Aber sogar ich weiß, dass ich hier vor einem echten Klassiker stehe. Ein Mercedes 190 SL, Baujahr 1958. Für mich ist es mit einer der schönsten Fahrzeuge von der Form her. Nice. Es ist auch eine Ikone. In sehr vielen Hollywood-Filmen wurde das Fahrzeug mit eingebracht. Und, ja, wie gesagt, es ist sehr formschön, das Auto. Allein hier diese abgesetzten Teile, ja. Also, der Kunde, der es gekauft hat, kann ich auf jeden Fall freuen. Ja. Und 115.000 Euro dafür bezahlen. Puh. Und damit die Kasse klingelt, müssen wir den Lappen schwingen. Das sind schon echt schöne Dinger bei, ne? Ja. Und die Bilder mit der Grunde auch. Das mache ich einmal die Woche. Jetzt letzte Woche war ich eine Woche im Urlaub, also es ist jetzt zwei Wochen her. Ach, deswegen sind die auch so schmutzig verstanden. Und wie auch bei der Konstruktion, versteigert Cedric die Autos im Auftrag der Kunden. Die parken quasi ihre Autos hier, bis sie dann verkauft oder versteigert werden. Ist das nicht schade, diese Autos hier so stehen zu lassen? Schade? Ja, einfach nur, dass sie hier rumstehen. Sie stehen ja da, dass sie verkauft werden sollen. Und wenn sie hier nicht stehen, dann stehen sie vermutlich beim Kunden. Normale Autos stehen ja schon viel. Aber diese eigentlich immer. Ui. Spielzeug für Reiche. Was ist hier so im Verkaufsraum das teuerste Fahrzeug, was hier derzeit steht? Also das teuerste Fahrzeug steht direkt hinter dir. Das ist ein 380K Mercedes. Davon wurden nur 150 Stück gebaut. Und das Fahrzeug ist in einem sehr guten Zustand. War 50 Jahre lang in einer Hand. War erst aus Lieferung. Ich bin absolut verwirrt, weil ich mich nicht gut genug bei Oldtimern auskenne. Ist das jetzt ein Mercedes 380K tatsächlich? Oder ist der 380.000 Euro wert? Und er hat gesagt, das ist ein 380K Mercedes, Bruder. Oder ist das die Modellreihe? Hat das irgendwer im Kopf gerade? Ja. Das ist das Modell. Okay, dann erfahren wir noch, wie teuer er ist. In Barcelona und kostet hier 660.000 Euro. Wow! Ist es denn für dich auch was Besonderes, so ein Fahrzeug hier im Verkaufsraum stehen zu haben? Also dieses Fahrzeug speziell ist natürlich nochmal eine sehr große Ehre. Nun. Es ist ein sehr altes Fahrzeug. Es ist in einem sehr guten Zustand. Davon wird es vermutlich nur noch eine Handvoll geben. Und irgendwo ist es auch dann eine Ehre, so ein Fahrzeug hier stehen zu haben. Vermutlich das wertvollste Auto, das ich je berührt habe. Ich will nochmal wiederkommen, wenn einer der Schätze abgeholt wird. Dieser beinahe 80 Jahre alte Jaguar wartet auf seinen neuen Besitzer. Ganz einfach wird das allerdings nicht. Und günstig auch nicht. Warum nicht? Von sieben Tagen im Auktionshaus. Ich bin wieder bei Ute Erbach in Haus 2. So, dann kommen Sie mal mit. Können Sie mal sehen, wie es weitergeht mit dem Stück. Hier sind all die Sachen, die jetzt in den kommenden Auktionen dran sind. Eine ganz schöne Menge. Ja. Erinnert aber schon auch ein bisschen so nostalgisch an Ludolfs Haufen-Prinzip. Ein Ticken. Fand auch sah aus wie eine Ramschenke eigentlich. Wow. Alles, was da vorne steht, ist für die kommenden Auktionen. Und es geht hier die ganze Zeit immer weiter. Ja, alle vier Wochen einmal alles neu. Es sind jetzt hier die Antiquitäten, zum Beispiel das Porzellan. Da gibt es zum Beispiel hier ein Service, was ich besonders schön finde von der Form. Das hier? Aber das ist doch Jugendstil, oder? Nein, das ist ganz neu aus den 80er Jahren. Was? Also 80er Jahre ist bei uns halt ganz neu. Meine Skulptur finde ich hier erstmal nicht. Ja, guck mal. Am Anfang ein bisschen unterkühlt, aber die Weiben ja doch miteinander. Geht doch. Denn die liegt beim Fotografen Markus Eyrich und wartet darauf, dass sie für den kommenden Auktionskatalog fotografiert wird. Dunkel kann man leuchten. Nee, das ist hier. No light. Das ist anscheinend ein Guss. Das wird aber versteigert. Ja, man wundert sich für manches, aber wenn man jetzt eine Zeit lang schafft. Er fühlt es gar nicht. Ist das so? Ja, ja, es ist so. Er ist begeistert. Ich kann Ihnen noch ein bisschen helfen. Er ist begeistert. Nee, nee, nur auf Befehle arbeite. Ja, jawohl, jawohl. Boah, dann kommt der gleich mit dem Stock. Das hängt mir jetzt so dran an den Bildabschläger. Aber schon das hier nicht, ne? Das brauchen wir nicht, ne? Sie wollen doch helfen. Ah, ja, ja, so. Digga, der redet wie mit einem Azubi. Aber ist ja auch richtig so. Ja, ich glaube, es geht mit einem Limit von 300 los. Ja, okay. Ich habe schon Übrungszeuge. Ja? Ja, wo man halt nicht wirklich weiß, was es ist oder so. Wie viele Tage Sachen fotografieren Sie am Vortag? Richtig professionell. Es ist lustabhängig. Ein wenig. Aber hat man manchmal mehr Lust auf Barock oder manchmal mehr Lust auf... Hä? Ist das lustabhängig, Digga? Hä? Traumjob oder was? Boah. So, heute habe ich noch nicht so Bock. Drei Bilder geschossen. Ja, reicht. Der F***. Moderne Kunst. Kunst ist einfacher. Oder Kunst-Repros zu machen ist einfacher. Weil das muss man hinstellen und abdrücken. Und da muss ich dann irgendwas... Da muss ich irgendwie richten noch. Und teilweise... Ja, gucken Sie rum. Ich fotografiere in erster Linie alte Sachen. Hier mal so eine Uhr. Mal so ein Porzellan. Mal eine Oma, die sich hier verlaufen hat. Ich fotografiere hier heimlich. Ich stehe auf Oma's. Auspacke, einpacke und so. Also in dem Sinn ist es einfacher. Aber dafür muss ich die Bilder in die Herschleife. Aber aufbauen muss man es auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Das wackelt. Don't wackel. Don't wackel. Ich habe gefragt, wer hat sowas gekauft? Wer gibt teilweise viel Geld für ein Zeug aus? Das gibt's schon, ja. Alter. Da zum Beispiel. Hm? Da hat zum Beispiel. Wer ihn einfach runter macht. Halt. Nicht wirklich weiß, was es ist, Alter. Ja, ich bin gespannt, was es bringt. Schließlich ist meine Skulptur nicht... Jungs, das ist ein Elan ansteckend. Oder, Freunde? ...flechter Gesellschaft, wie ich gerade feststelle. Ob eine Bronze-Skulptur, ein Buch-Epos von Friedensreich 100-Wasser oder ein Ensemble von Streetart-Legende Banksy. Was die Menschen wohl dafür zahlen, das zeigt sich in wenigen Tagen. So, da ist es. Das gute Stück. Haben wir denn die Nummer? Das ist jetzt immer noch Ihre Einlieferungsnummer. Die Katalognummer macht ihr jetzt. Bevor wir das auszeichnen, müssen wir immer schauen, ob das beschädigt ist oder nicht. Das gucken Sie auch nochmal? Ja, natürlich. Ob das jetzt ein Porzellantip hat oder die Stückzahl stimmt. Alles, was in dem Katalog steht. Und wenn das stimmt, kleben wir eine Nummer drauf. Dann können wir mal wieder reichstellen. Tun wir auf unser Waage. Und dann sehe ich es möglicherweise gar nicht mehr, oder? Das war nicht. Da steht die Vitrine draußen. Okay. Woran damit? Wir stellen das hier drauf. Beim Auszeichnen aller anderen Objekte helfe ich jetzt Kathi Ladani. Sie arbeitet schon seit über 10 Jahren für Ute Erbach und liebt ihren Job. Besser nicht, oder? Doch, kann man. Das geht? Ja. Und die hier? Aufs Glas. Reiskalt aufs Glas. Kannst du mit Spüle wieder wegmachen. Da unten. Und immer gerade kleben. Ja. Vorne dran stellen. Ach so, hier runter durfte ich es nicht hinstellen. Ja, weil die sind noch nicht ausgezeichnet. Dann weiß ich, dass was hier ist, das ist schon ein Teil ausgezeichnet. Die sehen alle so aus, als ob die lebendig werden könnten. wenn wir jetzt Besteck machen wollen, wenn sie zählen möchten. Eins, zwei, drei. Das klingt ein bisschen langweilig die ganze Zeit. Nein. Ich mache das nicht jeden Tag, das selber, sondern ich zähle Porzellan und alles eigentlich. Aber die Ausstellung macht die meisten Spaß. Ja? Das ist geil. Ey, Besteck zählen, das wird nicht voll lame. Naja, ich mache das ja nicht jeden Tag mit dem Besteck zählen. Ich zähle auch Porzellan, mal zähle ich Uhren. Sie zählt gerne. Mal zähle ich Kerzenständer. Hä? Mal zählen. Das ist schon geil. Also man muss auch positiv an die Sache reingehen. Ich finde ich stark. Mag die. Was macht denn überhaupt Spaß? Wie würden Sie es beschreiben? Ich habe sie so, da ist immer so kleine Geschichte hintendran. Und ich finde das immer so schön. Und dann, wenn man sieht, wie Leute sich dann freuen, wenn die was kaufen. Ich habe die Wochenkundin, Katja hat gestrahlt und hat sie sich gefreut und das ist dann so ein bisschen Bestätigung, dass man das gerne macht und gut ist, was man macht. Mein vierter Tag. Gräfenzahl. Ah, der stellt auch schon gestiegen. Jedenfalls ist das der Plan. Die beiden Abholer sind schon ganz gespannt. So eine Menge Verantwortung. Ich meine, wie viel hat der Wert? 70 bis 140.000 Euro? Es ist schon ein bisschen aufregend. Stolze 109.000 Euro hat der Oldtimer gekostet. Dafür sollte er auch anspringen. Doch nicht so einfach. Auftritt Cedric. Eine Starthilfe soll es jetzt bringen. Denn das historische Stück muss aus eigener Kraft auf den Hänger gefahren werden. Doch dann passiert erst mal nichts. Also keine Abholung heute. Eins, zwei... Wieso ist der jetzt so? Geht doch. Genau, schön. Jetzt einfach verkacken und mit so einer Panikreflexreaktion einfach so Vollgas geben, Bremse verwechseln Einfach so komplett durch die Inneneinrichtung von diesem Laden da brettern, Alter. Es sind immer kleine Herausforderungen dann. Man weiß dann nicht, okay, funktioniert es doch noch, funktioniert es nicht, müssen wir es rausschieben, schaffen wir es noch zum Fahren. In dem Fall haben wir es zum Fahren geschafft, es hat funktioniert, deshalb sind wir ein bisschen froh darüber. Der wertvolle Wagen, gleich auf dem Weg nach Süddeutschland. Klar, haben wir dann ein paar gekauft. Einer muss hier vorne bleiben. Warum? Sicherheitsgründe. Echt jetzt? Und der Blick auf die Bereiche, der erklärt das, 165.000 Euro für eine Uhr von Lange und Söhne. Nie gehört. In die mittlere Theke. Da, 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 rechts, ja. Ich helfe heute Birgit hoch beim Vitrinen einräumen. Wie ganz nach vorne. Nein, dann fällt die Schublade runter. Okay. Apple, nie gehört. Jetzt besser? Wunderbar. Birgit hoch ist gelernte Schmuckverkäuferin. Nein. Da. Sie wissen schon, was das hier alles für Klunker sind? Die meisten, ja. Sollte ich. Wäre blöd, wenn ich es nicht wüsste. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Pansanit. Und das? Auch. Das? Das sind Smaragde oder Zavorite und das müssten gelber Saphir sein. Das machen Sie jeden Morgen? Mhm. Jeden Morgen einräumen und jeden Abend ausräumen. Nee, erstmal machen wir alles in rosa, pink, lila. Jetzt möchte ich erstmal den. Sie haben rosa, lila gesagt. Und das ist jetzt lila. Das ist blau, lila. Und das kommt auf die andere Seite. Haha. Genatzt, Alter. Na ja, sieht schon ein bisschen hübsch aus, eh. Komm, das kann man doch hier so einfach hinstellen. Baff, zack, fertig. Nein, guck mal, baff, der Preis umgefallen, das geht so nicht. Man muss ja schon sehen, was es kostet. Er strengt sich auch nicht an. Spitzenhilfe, ne? Ich finde den weird. Und mein Problem ist aber, dass ich ihn nicht weird finde, weil er awkward ist. Weil damit könnte ich leben. Ich mag Leute, die so ein bisschen spleenig, so ein bisschen awkward sind und so. Aber mein größtes Problem ist, ich finde den teilweise uninteressiert. Also der ist nicht interessiert, an dem, was er da berichtet. Habe ich das Gefühl. Es ist nur ein Gefühl, was er mir... Bin ich bei dir, der ist nur zu verkaufen. Aber das mag ich nicht. Finde ich so... Heißt nicht. Der will nur sein Ding verkaufen, sonst interessiert er sich gar nicht so richtig. Nein, danke, wir wollen mal gucken. Ja, gerne. Ich habe die Herzkette bewundert. Wenn Sie was sehen möchten, melden Sie sich einfach. Stellen Sie mir mal meine Sachen wieder aufs Tablett, los, los. Ich wollte die gerade verkaufen. Ich war kurz davor. Wird das alles auch gekauft oder geht doch was zurück. Nein, da geht auch Ware zurück. Wir haben die... Ich zum Beispiel. Was ich total mag, weil ich gerade die Ringe gesehen habe. Ich bin ja da. Ich habe zwei Ringe, die mir was bedeuten. Der eine ist logischerweise mein Ehering. Decker, Justus. Wenn ich was zeigen will. Einer ist mein Ehering und das andere ist mein fetter Siegelring. Verdammt. Mein IDR-Siegelring, den es genau einmal gibt. Und an dem hänge ich aus zwei Gründen. A, habe ich mir den damals machen lassen. Das ist eine Einzelanfertigung. Deswegen, ähm, im ersten Monat als IDR das erste Mal im Plus war. Da habe ich den machen lassen. Und zwar von der Freundin von Steve. Von den Space Roads. Von der lieben Laura. Die hat nämlich eine Goldschmiede-Ausbildung gemacht. Zu der Zeit. Und ich bin hin und habe mit ihr gequatscht. Und habe dann mit ihrem Chef gequatscht, dass ich gerne möchte, dass sie Azubine mir den macht. Und hat sie fantastisch gemacht. Gefällt mir unheimlich gut. War cool. Und sie hatte so ein richtig schönes Bearbeitungs- und Vorzeigestück. War nice. Und das gilt nicht nur für Schmuck, sondern auch für Uhren. Da helfe ich Ute Schönig. Und die erzählt mir gleich was Spannendes. Was wohl nicht normal ist, ist Ehrlichkeit beim Schmuckverkaufen. Bei Henrys soll das allerdings anders sein. Was haben Sie für eine Uhr? Wie fand der Chef das? Na, wie soll das gefunden haben? Ihr habt, also... Geld verdient ist Geld verdient. Hat er ja, ne? Ist ja nicht so, dass ich da jetzt groß hingehen kann und sagen, ja, aber weil es... Ich will, dass es die Azubine macht. Aber weil es die Azubine macht, ist es günstiger. So funktioniert ja nicht. Der hatte damit eher kein Problem. Ich habe ein Rolex an. Ist ja normal, oder? Nach so vielen Jahren schon, ja. Ja. Es gibt Geschäfte, ach, gerade von Kollegen, wo man frühere Arbeitgeber erzählt bekommt, die müssen mit allem, was sie haben, wirklich verkaufen. Wir müssen natürlich auch verkaufen, klar, aber wir dürfen ehrlich sein dabei. Erklären Sie mir mal Ehrlichkeit im Schmuckgeschäft. Wenn jetzt ein Kunde die Wahl hat zwischen zwei Dingen, wo er sich dann auch mit uns zusammen ausgesucht hat, wir dürfen einfach ehrlich sagen, was uns besser gefällt, wenn der Kunde frägt natürlich. Und woanders? Das Teurere, ganz klar. Das Teurere. Ach was. Absolut, ja. Definitiv. Und hier sagen Sie schon, auch wenn es das billigere, die billigere... Geht es nochmal? Ja. Ja. Natürlich ist es immer letztendlich dann doch ausschlaggebend, was der Kunde möchte. In den Büros hinter den Verkaufsräumen finde ich Sascha Wendt. Er ist der Chef hier. Bestimmt, was versteigert und was direkt verkauft wird. Und auch hier laufen bereits die Vorbereitungen für die nächsten Auktionen. Ticker. Was geht denn da ab, ey? Ich schau jetzt gerade mal, was bereits für... Alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiter einfach fette Rolli am Tragen. Alter. Represent und so. Ich hoffe, die kommende Auktion da ist und versuche da eine gewisse Sortierung für mich reinzubringen. Einfach um den Katalog dann gestalten zu können. Und ja, wir haben hier eine wirklich hervorragende Omega Vintage-Uhr. Eine Ranchero, die im absoluten Originalzustand ist. Und sowas findet man so gut wie nie. Im Normalfall sind die Zifferblätter restauriert oder die Zeiger sind nicht mehr original. Die Gehäuse sind extrem aufgearbeitet und das haben wir hier in dem Fall nicht. Und das ist genau das, was der Sammler hinterher... Jetzt haben wir unseren Reporter wieder da sitzen. Der denkt, ich interessiere mich nicht für Autos. Ich interessiere mich nicht für Porzellan. Ich interessiere mich nicht für Kunst. Ich interessiere mich nicht für Besteck. Surprise. Ich interessiere mich nicht für Schmuck. Und übrigens, ich interessiere mich auch nicht für Uhren. Gerne haben möchte. Das ist halt nicht vergleichbar. Woher kommt diese Uhr jetzt? Das ist zum größten Teil von Privatpersonen. Das heißt, die unter Umständen was verkaufen möchten, weil sie in ihrer Sammlung was ändern möchten. Oder ja, ein Stück vielleicht auch nicht mehr tragen, kein Interesse mehr daran haben. Und wir sind im Endeffekt dann der Dienstleister, der dafür sorgt, dass das Stück verkauft wird. Was ist jetzt hier mit der Macke? Das ist ja schon ein ordentliches Ding. Das ist ein Originalglas. Also wir könnten das ein bisschen aufarbeiten. Das machen wir aber in dem Fall nicht, weil es auch wirklich noch das Originalglas ist. Also Sie haben hier zentral in der Mitte das Omega-Zeichen eingebracht. Ich gebe Ihnen auch gerne mal eine Lupe, wenn Sie möchten. Ach, da ist jetzt... Was sagen Sie, da ist das? Das Omega-Zeichen sehen Sie dort. Das ist wirklich nur in der Mitte. Genau, im Zentrum des Glases. Ach was. Dort, wo die... Andersrum? Andersrum? Bitte? Die Lupe muss andersrum. Nice one. Nicht die Uhr. Sie ist wirklich absolut im Originalzustand. Ob das das erste Glas ist, das können wir natürlich nicht feststellen. Aber so wie die Uhr aussieht, kann man fast davon ausgehen. Im Haupthaus, also im Haus 1, gibt es neben Schmuck und Uhren noch viel mehr. Wie in einem normalen Kaufhaus, aber billiger. Das meiste kommt aus alten Lagerbeständen, die Geschäftsführer Ralf Hege günstig einkauft. Einzigartig in Deutschland. Ein Kaufhaus im Auktionshaus. Das ist echt wild. Habe ich auch noch nie gesehen. Wir haben den Schifferstaat angefangen, damals im ehemaligen Kino. Das war einfach ein Kauf- und Auktionshaus. So wurde das gegründet und man hat versucht, auch im Auftrag, Ware zu verkaufen. War natürlich am Anfang nicht so leicht, weil wenn man keinen Namen hat, bekommt man natürlich auch nicht viel Ware. Also wir mussten uns schon beweisen, dass da was geht. Und das wurde natürlich über die Jahre immer besser. Wir müssen gleich nochmal rauskriegen, in welcher Stadt das war. Ich glaube, da muss ich mal, irgendwie habe ich da Bock drauf, da mal zu stöbern, Alter. Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Auktion. Ich habe immer nur online an Auktionen teilgenommen, wenn ich irgendwie auf irgendwas Bock hatte. Und dann halt, ja, entweder Auktionshäuser tatsächlich auch schon dreimal in meinem Leben. Oder fucking Ebay. Mannheim, wie viel Euro Umsatz das Auktionshaus mittlerweile jährlich macht, das will er uns nicht verraten. Genau, doofe Socke, das ist Henrys. Wie würden Sie es bewerten? Ich würde schon sagen, dass Henrys einmalig ist, weil es in dieser Art und dieser Vielfalt keine Auktionshäuser gibt. Auch nicht in der Größe. Ich meine, es ist vielleicht heute auch nicht mehr notwendig, dass man über 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche hat. Aber die Kunden schätzen das natürlich, wenn sie sich hier auch mal den ganzen Tag aufhalten können. Und es gibt immer wieder was Neues zu sehen. Am vorletzten Tag traue ich mich jetzt richtig an den Kunden. Ohje, Kundschaft. Habt ihr gemerkt? Er hat sich auf den Tisch getrommelt. So viel Elan hat er in den letzten 24 Minuten in der Doku aber nicht gehabt. Nice. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Gehst du von dem Sofa weg! Oma, packt das nicht an! Die fett tapschen, die kriegt keiner mehr weg! Der Kollege mit dem Lappen ist wieder im Urlaub. Hätte ich jetzt auch gefühlt. Dreck beschädigt oder verkratzt ist die nicht. Was haben Sie denn hier schon gekauft? Also erstens mal kaufe ich immer Schuhe hier. Ich kaufe auch Klamotten hier. Also Sie sind schon regelmäßig hier auch am Mitbieten. Ja, also ich kaufe und ich biete auch. Digga, Ihre Brille ist übertrieben stylisch. Für die Brille voll geil. Das geht auch gut. Ich habe gelernt, Kundinnen in Gespräche zu verwickeln hilft. Die Maße werden nicht vorher bestellt. Also das wäre der fertige Preis. Das ist der fertige Preis, ja. Okay. Aber Sie haben eine absolute Begabung für hier. Ganz toll. Ja, ich versuche. Also vielleicht wollen Sie auch nochmal umsatteln. Ja, wäre vielleicht wirklich geiler als Reporter. Kauft dann allerdings doch nichts. Nein! Alle Duden. Mein letzter Tag im Auktionshaus. Die große monatliche Kunstauktion. Insgesamt wird sie über drei Stunden dauern. Menschen werden hier vor Ort im Saal bieten und gleichzeitig über das Internet und am Telefon. Und genau da soll ich helfen. Wenn die Nummer aufgerufen wird, dann rufe ich ja möglicherweise... Das hat zwei, drei Positionen vorher. Siehste. Dann hat man nämlich schon ein bisschen Zeit, um Hallo zu sagen. Und dann ist es nicht direkt so mit der Tür ins Haus fallen. Okay. Und wichtig für dich sind dann noch hier... Ich werde von Helen als Telefonist eingearbeitet. Ich bin einer von drei Menschen am Telefon, soll für die Kunden am anderen Ende Gebote abgeben. Was aktuell der Erwartungszuschlag ist. Also was zu bieten wäre oder ob schon was geboten ist. Nur drei Telefonplätze. Und wenn der Herr jetzt überbieten möchte, wäre 1,9 der nächste Schritt. Warum 1,9? Wer sagt das? Zehn Prozent zum nächsten Hunderter, Tausender oder Zehntausender. Ah, gut, dass du das sagst, oder? Genau, aber das erklärt die Frau Erbach auch nochmal. Wir machen es Schritt für Schritt. Kein Problem. Vielleicht erkläre ich es auch zu kompliziert. Ich bin jedenfalls ganz schön aufgeregt vor meiner ersten nicht-digitalen Auktion. Haben wir Informationen heute noch? Da gerade die Frage reinkam, wer bietet denn am Telefon? Bei Auktionen, wo es um richtig, richtig, richtig krass viel Kohle geht, machen das tatsächlich gerne Menschen aus dem Ausland vor allem. Die dann da vom Auktionshaus dementsprechend vom Telefonisten, von der Telefonistin vertreten werden. Und die anonym bleiben möchten. Also wo die komplette Abwicklung dann datenschutztechnisch vom Auktionshaus gehandelt wird und die komplett anonym sind. Oder weil die nicht einreißen dürfen. Pult? Ja, schon noch immer. Es ist halt immer, man arbeitet den ganzen Monat und an diesem einen Tag zeigt sich dann, wie es war. Nehmen Sie irgendwie Einfluss auf die Dramaturgie, der Abfolge der Bilder, die Sie hier versteigern? Oder ist es alles durcheinander? Na, die Dramaturgie ergibt sich ja erst während der Auktion. Man weiß vorher nicht, welches Bild viele Leute interessiert. Und man wundert sich manchmal über ein Bild, wo man denkt, da müssten sich viele Leute interessieren und es passiert gar nichts. Nein, das ergibt sich alles während der Auktion. Ob sich für mein Kunstwerk jemand interessiert, wird sich gleich zeigen. Doch vorher muss sich für andere mitsteigern, deren Gebote am Telefon abgeben. Ich bin auch gespannt. Hier ist Jörg Hormer von Henrys Auktionshaus. Ich grüße Sie. Sie möchten heute mitbieten bei Friedenzeich 100 Wasser, Queensland, Australien. Ist das richtig? Artikel Nummer 6430. 1.800 sind geboten, 2.100 sind geboten. Was ist Ihr Gebot? Möchten Sie bieten? 2.500 sind geboten am anderen Telefon. Sie sind jetzt Höchstbietner mit 2.500? Direkt am Ende bekommt doch jemand anderes den Zuschlag. Für wie viel? Es geht alles sehr schnell. Wo ist denn die nächste Auktion? Warum sagen Sie denn nicht? Also, zwei Sachen. A, wieso hat man jetzt nicht rausgekriegt, für wie viel das Ding weggeht? Superschade. Zweitens, seid ihr auch so enttäuscht, dass es nicht so krass abgeht, wie auf so texanischen Vieh-Auktionen? Kennt ihr die Dinger? Jede Typen, die man im Prinzip nicht mehr versteht, weil sie so unglaublich schnell reden. Das ist insane. Gute Nacht, Halo-Fanboy. Hau still. Genau die Rapper. Stimmt, die Double-Time-Rapper alle samt. Von in der ersten Reihe 1.8. 1.8 ganz hinten. 2.000. 2.000 sind geboten. 2.2. 2.000 der Herrens in der ersten Reihe. Dann für 2.000 Euro. Insgesamt 240 Positionen kommen hier heute unter den Hammer. Der Banksy hat 530 Euro erzielt. Das ikonische Bild von Marilyn Monroe. 6.000 und 7.000 Euro für eine handsignierte Postkarte. Und dann kommt meine Skulptur dran. Eine Arbeit von Michael Salzdorfer aus Berlin. No Light. Heißt die Arbeit? 400 Euro sind geboten. 450, 500, 55 und 600 sind geboten. Schau mal an. Möchte jemand. 700. 700 wollte er haben. Ah, bleibt stehen. 650 im Saal. 700 jemand. 650 und 650. An die 399. Dankeschön. Hat er gekauft. Das war's. 650 Euro für mein Kunstwerk. Ah, freut er sich. Ich will natürlich wissen, wer mein Objekt ersteigert hat. Digga, der sah von der Seite krass aus wie hier. Der YouTube-Kollege mit den, mit den, mit den, mit den Pokémon als Avataren. Wie heißt der Bro? Lenny. Stimmt. Was? Guckt mal bitte. Von der Seite sah der Bro hier, der das, der das Kunstwerk da gerade ersteigert hat von unserem, von unserem Moderator. Schön. Sah ein bisschen aus wie Lennyficate. Pass auf. 150 Euro für mein Kunstwerk. Ich will natürlich. Ah. Ja. No shit. True. Oder? Nee, sieht nicht aus wie Oli. Wissen, wer mein Objekt äfft. Der sieht krass aus wie Lennyficate aus. Ich schwör's. Sieht nicht aus wie Oli. Völlig andere Kinn-Nasen-Partie. Es ist ein Galerist aus Mannheim, der den Zuschlag bekommen hat. Okay. Insofern Lennyficate nicht gerade Galerist aus Mannheim ist, werden wir jetzt alle wahnsinnig enttäuscht. Und mit jetzt alle meine ich mich. Die Glühbirne schon vor ein paar Wochen. Wie kann man von der Seite so anders aussehen? Das war eine Trap, Alter. Im Internet gefunden und hatte aber gar nicht auf dem Schirm, dass die bei Henrys feststeigert wird. Das heißt, ich war eigentlich heute da, ohne zu wissen, dass ich dann am Ende mit der Glühbirne nach Hause gehen werde. Und ich hatte wie so etwas aus den Augen verloren. Und als ich sie aber heute gesehen habe, wusste ich, da biete ich noch schnell mit. Sieben Tage im Auktionshaus. Ebay nur in der realen Welt. Bunter als online. Voller Überraschungen und Vielfalt. Und voller Arbeit. Mir bleibt die Wehmut über den Abschied von meinem Kunstwerk. Aber auch das Gefühl, dass sich jemand anderes offenbar sehr darüber freut. Schließlich hat er auch dafür bezahlt. Ja, 650 Zacken. Und er bringen wird auf den Punkt. Wir haben es am Anfang ja schon gesagt. Er ist einfach das Geschenk losgeworden, was er gekriegt hat, was er nicht haben wollte. Was immer noch original verpackt in der Packung lag seit drei Jahren. True. Er war nur fürs Geld da. Das war interessant, Freunde. Ja. Falls ihr gerne wissen wollt, wie es sieben Tage in anderen Berufen ist, findet ihr auf unserem Kanal. DrFraud reacts auch ganz viele. Schaut da mal rein. Vielen Dank. Bis gleich. Ciao. Fuck. Also für alle Leute, die es bis jetzt noch nicht aufgefallen ist. War gut. Danke, Flo. Ich bin schwer gespannt. Ich glaube, Mike, du musst diesen einen kurzen Zwischenpart rausschneiden. Aber ansonsten fühle ich. Fühle ich. Äh, Maren Rose. Dankeschön für 40 Monate. Äh. Leave. Ich war den Zwischenparten mega. Okay. Ja, alles klar. Wie du meinst. Wo ist Flo? Tja, wo ist Flo? Keiner weiß es. He gone. Freunde, he gone. Ähm. Dr. Prince, dankeschön. Dr. Prince, dankeschön. Wie frech, dass er einfach geht. Ich find's auch übel, dass er einfach gegangen ist. Ähm. Einfach nur kurz für das Video reingeschaut und mich ignoriert und dann abgehauen. Ganz, ganz üble Geschichte. Ach, ist das schön. Doch, ich find's mal spannend. Ich würde mal wirklich YouTube... Also, bitte, wenn ihr das Video euch auf YouTube anschaut, bitte nicht spoilern. Lass uns mal gucken. Lass uns mal wirklich gucken, wie die reinen, ähm, wie die reinen YouTube-Reactions da auch sind. Nicht mal Tschüss gesagt. Stimmt. Vollkommen abgehoben. Ja. Klarer Beweis, ich möge euch weiterhin nicht. Obwohl wir gestern Abend ja zusammen gestreamt haben. Aber nee, ist vollkommen richtig. Äh. Ja, Freunde. Ja, fand ich gut. Nee, dieses Meme, das ist zu hart. Wir wollten was Schönes. Wir wollten was Schönes. Freunde. Was machen wir als nächstes? Wie ist eure Stimmung? Kylie. Dankeschön. 29 Monate. Hm. Wollen wir weiter... Weiter Videos gucken? Oder wollen wir was anderes machen? Ihr seid anscheinend mehr für Videos, ne? Nee, ich guck keine Doku von STRG F, aber danke. Nee, Mike, ist schon gut. Lass uns das einmal testen. Lass uns das jetzt nicht überstrapazieren. League of Legends. Fühl ich auch total. Hab, glaub ich, gar keine Ahnung. Blub, 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 blubi. Dankeschön. Hup, hup. Fortnite. Ja, Fortnite müsst ihr richtig runterladen. 7-Masers-2-Finale. Staffel 1. Mhm. Forza ist runtergeladen. Fühl ich. Hm. So. Loll, Aram wäre ich dabei. Ja, klar. Ähm. Sons of the Forest wäre eigentlich auch ein geiles Game für euch zu dritt. Hätte Unterhaltungswert. Ja, so wie Green Hell. Ich überlege auch die ganze Zeit, was wir nochmal spielen könnten. Was irgendwie... Äh. Was irgendwie so cool länger survival-mäßig ist. Könnt ihr ohne Claim auf SWR-Doku reaken? Ich glaube aktuell schon, ne, Mike? Ich glaube aktuell schon. Grounded sehe ich euch auch. Haben wir gespielt. SWR ist cool. Okay, ich muss ganz kurz die Nase schnäuzen. Ack haben wir auch früher mal gespielt, Freunde. Also das ist jetzt nicht so... Nachtstreife ist auf SWR-Doku riesig. Ja, aber das klingt so... Das klingt nach einer Doku, die wir eigentlich wirklich zu dritt gucken sollten. Wir können mal gucken, irgendwas, was... Was so gar nicht reinpasst. Weißt du? Oh, SPIEGEL TV, die Doku zu Silvester. Ja. Ja, SPIEGEL TV Claim, ne, Mike? Aber die Frage ist... Ob man daraus... Mit Anlauf sogar. Naja, Feuer und Schlammer auch. Die Frage ist, ob man daraus vielleicht einfach einen Stream Exclusive macht. Also jetzt sagt... Also jetzt sagt, äh... Das war jetzt leider das Ende des, äh... Das, ähm... React Livestreams auch. Und wir gucken uns jetzt einfach Stream Exclusive die SPIEGEL TV Doku zu Silvester in Berlin ein. Falls ihr darauf Bock habt. Ähm... Ansonsten, wenn ich hier so reingucke, gibt es auch... Was? Wo könnte man denn mal nachgucken? Äh... Für Solostreams Exclusives. Ja. Das Silvester-Ding ist leider lame. Wurde von 32 Minuten auf 28 Minuten runtergeschnitten, weil YouTube ein paar Sachen nicht wollte. Und nur lame übrig blieb. Okay. Okay. Äh... Was sehe ich denn hier? Guck mal, Trimax hat sein Traumauto gekauft. Interessiert ihr euch für sowas? Das wurde vor einer Stunde veröffentlicht. Das Video... Ist zwölf Minuten lang. Nope. Ne, ne, ja los, naja, nö, okay. Okay. Fühlt ihr so gar nicht. Okay. Gut. Gut, gut. Ne, ich gucke jetzt mal hier weiter. Ich frage mal jetzt mal nach... Ich muss mal ganz kurz... Ich muss jetzt mal hier, weil ich möchte... Dokus möchte ich vor allen Dingen eigentlich gerne mit anderen zusammen gucken. Also in dem Fall, äh, Flo und Olli. Ich frage euch mal nach ein bisschen, nach ein bisschen, äh, YouTube-Kram jetzt. Wie? Traumautos? Ja, Trimax, ne? Wie kann man denn Trimax nicht mögen? Hey Aaron, was hat der denn gemacht? Ramba, Samba, da war doch ein Video meiner erfolgreichsten Videos. Gäbe es? Ne. Ne. Chat ist auch echt einfach übel drauf. Rezo Anmachsprüche, das habe ich jetzt auch schon. Aber ist das so gut? Macht das Spaß? Ne, ne. Ihr seid so geil. Ich liebe euch. Ja, ne. Ist eigentlich alles scheiße. Oh. Oh. Wie mächtig ist Monte. Was zur Hölle ist das denn? Das war sehr laut, ne? Aber. Aber bitte Entschuldigung. Es gibt ein Video. Das heißt. Warte, ich muss mal hier gucken, dass ich das in, kann ich das in einen Ordner packen? Warte, ich möchte hier eine Gruppe. So. Ich ziehe jetzt hier runter. Warte, wie? Ups. Es gibt ein Video, das heißt Montana Black. Wie mächtig ist er wirklich? Geht 10 Minuten, ist KI-Stimme und nervt. Okay, cool. Schade, mich hatte der Titel richtig gekriegt. Wenn es KI-Stimme ist, ausmachen. Ja, lass mal kurz, ich guck mal ganz kurz rein hier. Ja. Mach mal leiser. Hat Montana Black wirklich die Macht, eine ganze Karriere zu beenden? Wenn ja. Wie? Spieler Brian Creston aus der Erfolgsserie Breaking Bad erwiderte auf die Frage, welche Folgen der Ruhm auf seine Persönlichkeit hatte. Ruhm verändert jede Persönlichkeit, da bin ich keine Ausnahme. Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Topmodel, Big Brother. Im Fernsehen boomen Sendungen, die Berühmtheit versprechen. Und wer es selbst nicht ist, der will den Stars und Sternchen wenigstens nahe sein, um etwas zu beenden. Also, wir haben schon fast die Hälfte geschafft, Freunde. Ich habe aber nur einen kleinen Tick Sorge, dass wer auch immer dahinter steckt. Er hat ja am Anfang, die Person hat ja am Anfang schon gesagt, Fan zu sein. Und ich finde, das spürt man auch. Kurze Einordnung, ich sehe, dass alles sehr viel kritischer, was bisher gesagt worden ist, als die Serie Eistimme bisher sagt. Etwas von ihrem Glanz abzubekommen. Was trägt Heidi Klum? Welchen Spruch haut der Bohlen raus? Und wo werden David Beckham und seine Frau demnächst wohnen? Die hohen Einschaltquoten im Fernsehen und die Erfolge der RTL-Sendungen belegen längst, dass der Berühmtheitsfaktor für viele ein enorm wichtiger Ankerpunkt im Leben ist. Wo auch jemand No Gaming Talent zum Beispiel schreibt, Plot Twist Monta hat das Video machen lassen, beziehungsweise von einer AI machen lassen. Weiß ich in dem Fall nicht. Aber, aber, da gibt es so viele smarte Ideen hinter. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass der ein oder andere sich dazu hat hinreißen lassen, vielleicht hier und da einen, man kennt das ja, einen bezahlten Zeitungsartikel oder eine Gefälligkeit oder sonst irgendwas, um seinen Fame ein bisschen zu pushen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich finde es per se gar nicht so dumm. Aber es ist schon wild. Ein Star zu sein, fehlende Bestätigung in der Schule, am Arbeitsplatz, durch den Lebenspartner oder Freunde. Ihr ahnt schon, dass sich das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, leicht zu einer Lebensaufgabe auswachsen kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Menschen sich auf TikTok so zum Affen machen. TikTok verspricht schnelle Berühmtheit auf einfachem Weg. Schafft es eine Person einmal mit einem Video viral zu gehen, wird dies scheinbar zu einer Sucht. Dabei entwickelt sich die Angst vor dem, vergessen werden. Als Resultat dieser Gefühle sind Menschen bereit, immer mehr über ihren Schatten hinauszuspringen und laden im Folge dessen immer skurrilere Inhalte hoch. Irgendwann ist man an einem Punkt, wo man zurückblickt und gar nicht bemerkt hat, wie das Leben in der Öffentlichkeit einen verändert hat. Alter, was will er? Können wir mal ganz kurz darüber reden? Entschuldigung, dieses Video ist 10 Minuten lang. 10 Minuten 57, um genau zu sein. Wir sind jetzt bei 7 Minuten 24. Außer, dass er am Anfang gesagt hat, dass er Montana Black Fan ist und es auch total toll findet, wie er sich für all seine Aussagen entschuldigt hat. Es ist, übrigens, für den Ersteller dieses Videos, du brauchst nur noch 8 Minuten, wenn du mit Rolls schalten möchtest. Du musst keine 10 Minuten mehr übersteigen, nur als Info für dich. Wir gönnen uns aber die letzten 3 Minuten noch. Ich will einfach nur wissen, ob da noch was passiert. Naja, kommen wir zum Thema zurück. Was ist also Montes Geheimnis? Ja. Bei den meisten YouTube-Stars führt die wachsende Bekanntheit zu einer ebenso wachsenden Veränderung der Persönlichkeit. Dieser Wandel entgeht den Zuschauern selbstverständlich nicht. Die Veränderung geht irgendwann so weit, dass der ursprüngliche Grund, warum Zuschauer sich die Videos angeschaut haben, nicht mehr vorhanden ist. Wenn jetzt übrigens seine Aussage ist, der im Dachstuhl seiner Großeltern zockende, COD-zockende Montana Black ist immer noch der gleiche wie der heute, dann hat er wirklich nicht aufgepasst in seinem Leben. Einen verändern ihren Content, die anderen kommen auf größenwahnsinnige Ideen. Montana Black hingegen ist seiner Linie über die Jahre hinweg treu geblieben. Die Zuschauer, die Monte verfolgen, tun dies teilweise schon seit Jahren. Seine scheinbar sehr direkte und schonungslose Art wirkt auf seine Zuschauer anziehend. Auf bestimmte Zuschauer wirkt sie übrigens auch ausziehend, aber das ist ein anderes Thema. Und da macht er ein Bild von Justin-Bieber-Fans hin? Bruder! Bruder! Kanälen kommt Monte auf über 10 Millionen Abonnenten. Ja. Doch das alleine ist nicht ausschlaggebend. Schließlich gibt es laut Wikipedia diverse andere Kanäle, die ebenfalls eine sehr hohe Abonnentenzahl vorweisen können. Ja. Schauen wir uns jedoch einige dieser Kanäle genauer an, merken wir schnell, dass die Klickzahlen, also die Aufrufe auf die einzelnen Videos, bei weitem nicht mit der Abonnentenzahl in Proportion stehen. Kanäle, die über 8 Millionen Abonnenten verfügen, erreichen teilweise über einen ganzen Monat hin nur 50.000 Aufrufe. Monte hingegen erreicht teilweise mit nur einem Video. Eine Million Aufrufe an nur einem Tag. Stellt euch nun vor, ihr könntet innerhalb von 24 Stunden knapp eine Million Menschen erreichen. Eine Nachricht, die ihr habt, eine Botschaft, die ihr vermitteln wollt, oder einfach eure Meinung, die ihr verbreiten wollt. Dies ist ein extrem mächtiges Werkzeug. Vielleicht kennen einige von euch noch die Bildautomaten, die früher überall an den Bus- und Bahnhaltestellen standen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hat sich schon mal von dort eine Zeitung gekauft? Puputin fühle ich, fühle ich. Ich denke, ein sehr geringer Prozentteil. Doch jeder hat sich die Titelseite angeschaut. Oft waren sehr wertende Schlagzeilen auf der Titelseite, wie zum Beispiel, Kanzlerin, wir wollen Einigkeit und Recht und Freiheit. Dies suggeriert dem Leser, dass es aktuell nicht der Fall sei. Die eigentliche Nachricht hinter dieser Schlagzeile lautet, Kanzlerin, wir sind nicht zufrieden mit ihrer Politik. Nun, ob man will oder nicht, ob es einem bewusst ist oder nicht. Ab dem Moment, wo man diese Schlagzeile liest, löst es unterbewusst etwas in uns Menschen aus. Dem Zeitungsverlag ist es dabei egal, ob die Zeitung gekauft wird oder nicht. Das Wichtigste ist, dass die Message... Dem Zeitungsverlag ist es egal, ob die Zeitung gekauft wird oder nicht. Stimmt. Die wollen die Zeitung gar nicht verkaufen. ...bei den Lesern ankommt. Schreibt in die Kommentare über... Oh Gott. Sorry. Nee, da bin ich raus. Was? Hä? Ich brauche... Also, Mike, übrigens, ich brauche das nicht. Das will ich nicht. Das soll auf jeden Fall nicht auf YouTube kommen. Alter Schwede. Alter Schwede. Weiter so bitte. Wird erfolgreich werden, der Kanal. Komplett underrated, der Kanal. Entspannte Stimme. Hört man gerne zu. Sehr gutes Video. Sehr schöne Stimme. Hab dich durch dieses Video entdeckt und bin überrascht, dass du so wenig Aufmerksamkeit hast. Okay. Vorgeschlagen wurde mir das Video übrigens nicht im Original, sondern, falls es euch interessiert, vorgeschlagen wurde es mir hier, weil Kaiser darauf reagiert hat. Der damit auch irgendwie in die Trends Gaming gekommen ist. Was geht hier? Ich finde, das Originalvideo ist so undifferenziert. Vielleicht hätten wir uns das Kaiser-Video angucken sollen, der dann noch 10 Minuten dazu gibt. Aber wow. Wow war das ein unnötiges Video. Also das war ja wirklich, das war ja, keine Ahnung. Das brauchte man ja vorn und hinten gar nicht. Naja. Gut. Gut. Ja, das war okay von Kaiser. Okay. Und das ist auch nur so mächtig, wie es die Leute durchlassen. Äh. Ja. Aber. Also. Der hat ja, äh. Also der ist in dem, was er tut, wenn ich es jetzt rein wirtschaftlich, äh, und Influencer-technisch betrachte, ist der ja super erfolgreich. so, Ende aus. Wenn ich es jetzt moralisch-menschlich betrachte, ist es ein bisschen differenzierter. Aber, du, das ist ja immer, äh, das ist ja immer eine Frage von einem selber. Also es gibt ja so viele verschiedene, ähm, es ist ja auch eine eigene Nische. Die Nische ist nur viel, 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 viel größer als zum Beispiel unsere. Hier. So. Und man muss ja auch immer gucken. Also, ist halt, äh, wie gesagt, ist halt jeder ganz normal, äh, für sich selber verantwortlich. Und das, was du den Leuten mitgeben willst. Ja. Käppi, verstehe ich. Ist auch überhaupt nicht meins. So. Ist auch überhaupt nicht meins. Wurde schon mal, wurde schon mal Reacts auf IT-Praxis Dr. Bauer vorgeschlagen. IT-Praxis Dr. Bauer. Hallo Lea, schön, dass du da bist. Um Gottes Willen. Dr. Bauer ist besser. Darauf wurde doch schon Reacted. Okay. Ich finde den gut. Ich weiß nicht, ob Paul das versteht. Wahrscheinlich nicht. Ich gucke mir, ich gucke mir mal ganz kurz hier so ein, so ein Short an. Oh, ein Auto. Was ist mit der Ali los? Der hat einen Moralschaden. Zwei Autos. Er will sich irgendwo einloggen, aber er kann nicht verifizieren, dass er ein Mensch ist. Im Ernst? Er schafft das Capture nicht? Lassen Sie mich mal, Herr Ali. Wenn es zu schwer ist, können Sie übrigens auch einfach ein neues laden. Was zur Hölle? Sie sind kein Roboter und hören Sie auf, Ihre Stimme zu verstellen. Noch ein Versuch. Nein, die Tiere zeigen keine Geschlechtsteile. Und? Was hat er gesagt? Links oben und Mitte Mitte. Sie haben Ihnen noch gar kein Foto geschickt. Das wird ja immer schwieriger. Nein. Dankeschön. Hä? Wie kann er das wissen? Oh, ein Auto. Okay. Was ist denn los? Der hat einen Moralschaden. Okay. Die Claim bestimmt oder Striken. Ja, kann sein. Das kann sein. Wer meint, die anderen sind besser? Ja, kann sein. So, was haben wir noch hier? Ab Staffel 3 wird es richtig gut. Ja, hat Paul ja mal hart abgeholt. Ja, ist wirklich, also so, hat mich, hat mich leider so gar nicht äh, abgeholt. aber es ist bestimmt sehr lustig. Aber es ist bestimmt sehr lustig. ein Porsche-Projekt. Die Katzen, wir brauchen das mit der Katze. Was, was mit einer Katze? Freunde, ihr müsst mehr differenzierter reden. Ich muss das, muss das mehr verstehen. Wollt ihr einfach generellen Content mit einer Katze? Oder was ist die unlösbare Aufgabe? Mit Porsche kriegen wir Paul. Nein, Paul hat zehn und schröpfige Dinge. Marion Rose, Kustage. Achso, ihr wollt weitere, doch, achso, ja, okay. Was ist denn Marvin Lachgas? Marvin Lachgas. Was ist das denn? Lachgas für Kinder, Millionen auf Kosten der Gesundheit. Um Gottes Willen. Hallo, da bin ich wieder. Oh Gott. Und Marvin ist traurig. Moment. Das war nicht leicht. Also Marvin, 16 Minuten, wie er an, an Lachgas kommt, gibt es hier im Angebot. Was ist denn Scarecam? Aber Käppi, das schreibst du die ganze Zeit. auch einfach Käppi auch nochmal hier richtig am raushauen. Pass auf Käppi, wir gucken jetzt, ob du hier, ob du hier, okay, die heißen ja alle so. Die haben ja alle den gleichen Titel. So, was ist denn das beliebteste Video? Das nehmen wir jetzt. Wir nehmen jetzt das beliebteste Scarecam Video, Freunde. Und da gehen wir jetzt rein. Käppi? Käppi ist jetzt deins. Ja? Geht jetzt voll auf deine Kappe. Ha! So, Freunde. Scarecam, priceless, priceless reaction. Ich bin gespannt. Girls, grab your candy! Good. Can we pay you or not? Tell me if you can see his thing. Oh mein Gott. Das würde ich meinem Kind nicht antun. Was war das? Das, das war viel scarier. Dieser kurze Moment. Guckt euch das an hier. Da. Zack. Habt ihr gesehen? Sie ist ein Monster. Sie ist ein Monster. Eindeutig so schon festgehalten. Nein, ich bin auch nicht für Kinder erschrecken. Ich bin auch nicht für Tiere erschrecken. Ich bin für Erwachsene erschrecken. Das finde ich im Sinn. Was ist das für mein Kind? Ja. Wie ist das real? Ich liebe sie, aber es ist... Was ist das für mein Kind? Was ist das für mein Kind? Können wir auch sehen, was passiert? Mein Glas hat sich gerade schüttelt. Ach so. Should I touch it? Hit him, hit him. Sie sagt, jemand ist in da. Der nächste one. It was at this moment that he knew. He fucked up. I pranked this guy. Yo. Oh man. You get it? Alright, just throw it away. Good job. Where is it? Alter, rest. Ich bin ein riesen Schisser. und so weiter und so fort. Ja, ich habe wirklich Angst. Vor vielen Sachen. Aber wenn mein Kind in der Nähe ist, in dem Zeitraum, bin ich der stärkste Mensch der Welt. Da kann ich gar nichts schauen. Oh shit. Now he's right. Okay. Boo! 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 When your mom tries to scare you. No. No. Hey. Ah! So my friends told me to come ride a roller coaster with them. It wouldn't be bad at all. My wife has no facial expressions when she gets scared Okay She makes fun of you Can you see that reaction? Can you see that reaction? Can you go together? It's also difficult Okay Shane We got the regular Wie geht das 28 Minuten? Gute Frage Reze, Dankeschön Also, Freunde Cappy Ich glaube ganz fest an dich Ich meine das auch ganz ernst Ich will auch gar nicht biased sein Hier Aber ich fühle es gerade nicht Ich glaube, es gibt eine richtig geile Erschreck Prank Compilation Aber ich muss selber sagen Ich bin einfach gar kein Fan davon Und das wird dir wahrscheinlich genauso gehen Und du wusstest es ja nicht Weil du hast es vorher nicht gesehen Wenn Kinder dafür heulen sollen Okay Vor 5 Monaten Das letzte Video Hat das irgendjemand gesehen? Haben wir das gesehen? Vor 5 Monaten? Das werden wir doch schon gesehen haben, oder? Also das ist doch Da ist doch jetzt nichts Mal gucken Das haben wir safe gesehen Ja Okay Square Hunter Dankeschön Für 37 Monate Wie geht es Flo? Flo geht es schon besser Aber noch nicht gut Unusual Memes Das ist schwierig Das jetzt alleine zu gucken Aber Flo wird es wahrscheinlich Morgen alleine gucken Oder wir sparen uns das Für Freitag auf Dann müsst ihr ihm aber Morgen sagen Dass er das für Freitag Aufsparen muss Weil ich Also so wie es So viel schlechter Wie es mir heute ging Als gestern Glaube ich nicht Dass ich morgen Das nochmal schaffe Maybe ist bis dahin gelöscht Ja Wir müssen hier noch weitere Sachen suchen Was ist denn die Was ist das denn? Ne Ich fühle die Monoblock Doku nicht Ich fühle nicht Die anderthalb Stunden Doku Über den Plastikstuhl Der die Welt erobert Muss ich Muss ich jetzt mal ehrlich gestehen Vielleicht ist sie bis dahin gelöscht Pizza Äh Pizza Liker Ja der Vorteil ist Aber sie kommt ja dann irgendwie wieder Können wir gemeinsam Den Vlog schauen Welchen Vlog? Was für ein Vlog? Chris ich sehe deine Begeisterung Für Erik Aber Aber Ich weiß nicht Das geht ja auch eine Stunde Mach was aus deinem YouTube Verlauf Das bringt euch gar nichts Glaube ich Mein YouTube Verlauf ist Nicht passend Also abgesehen von den Reacts Die wir reingeladen haben Ist das alles schlimm Ist das alles schlimm? Ja, das ist Back to Base Das ist eine gute Frage Da gehen wir mal rein Der Sache gehen wir mal auf den Grund Eher Unterhaltung Oder eher nachdenklich Ja, Video Unterhaltung In Klammern lustig Oder Nachdenklich So, da Fragen wir mal Kurz mal rum Machen dazu noch eine kleine Werbung Dann habe ich das auch noch erledigt Hier Nachdenkliche Unterhaltung Ja, deswegen Schaut mal rein Guckt mal, was Lord Payne In der Zwischenzeit hier geschickt hat Das ist doch auch schon wieder Das Welt Mich interessiert hier direkt eure Meinung Okay Ist relativ klar Ist relativ klar Ey, wenn es dir egal ist Nimm das, was du eher fühlst 1, 3, 1, 2, 1, 6 Haben wir auch gesehen Das letzte Video Vor einem Monat auch Ist halt Die veröffentlichen nichts mehr ZDF Claimed Ja Okay Die meisten wollen Unterhaltung Lustig Äh Claim Kabel 1 Aber sowas von Das neue Space Frogs Video Ist wirklich witzig Ähm Ey 82% Sind für Unterhaltung Und Diese 82% Beteiligen sich aber Nicht Am Chat Weil im Chat Kommen nur Doku Vorschläge Was ist denn los Mit euch Fail Army Haben wir gestern Zwei Stück geguckt Eure schlimmsten Dates Von den Space Frogs Paul, kennst du vernünftig Ja Kenn ich Entschuldigung Ich habe zwei Unterhaltungsvorschläge Gemacht Entschuldigung Dann habe ich die wohl übersehen Meine Tut mir leid Ja Das ist witzig Und mein Date ist drin Okay Gut Wir gehen jetzt erstmal Erstmal gehen wir in die Spaceys rein Der ja mein Bildschirm flackert Warum flackert mein Bildschirm Weil für euch flackert da gar nichts Ne Das ist gut Okay Freunde Wir gehen rein bei den Spacefrogs Freunde wir gehen rein bei den Spacefrogs Und ihren schlimmsten Dates Oder euren Ihr habt es geschafft 30.000 Likes Wow Richtig Richtig krass Ich bin stolz auf euch Wir machen Dating Erfahrungen Part 2 Viel Spaß Zwiebelringe Erstes Date Ich war 17 Er 19 Waren im Kino Eh schon schwierige Wahl Kann man sehen wie man will Auf jeden Fall Vor dem Kino ist er mit mir noch Zum Burger King Und hat sich fett Zwiebelringe gewöhnt Ich habe nichts gegessen Nein Während dem Film hat er dann meine Nähe gesucht Aber seine Hände und Mund haben nach Zwiebel und Fett gestunken Das war das letzte Date Ist jetzt fünf Jahre her Ich frage mich Wofür ist diese Information noch gut Sie sind immer noch die Zwiebelringe zu Hause Von mir riecht die Zwiebelringe noch Jetzt mal wenn sie ins Kino geht Wie ist denn das bei euch so Essen Hm Essen Das ist eindeutig das falsche Essen für ein Date Oder Was meint ihr Ich hatte vor kurzem ein paar Pommes bei Burger King gegessen Und ich war schwer enttäuscht Ich hatte gestern von so einem kleinen Imbissstand Pommes Und seit dem Durchfall Er hat beim Küssen den Mund Extrem weit aufgerissen Danach waren Maser Mund und Kehnen Komplett mit Speichel bedenkt Ein Moment lang hatte ich Angst Er versucht mein Gesicht zu essen Dieses Geräusch wenn er dich aufsagt Aber mit Kirby rummachen wäre er wieder geil Ich finde es auch realistischer Weil ich meine heutzutage Die Männer sind alle verweichlicht Pink und rund Das wäre halt logischer als Wenn so ein Titan kommen würde Kirby wäre logischer als ein Titan Ich küsse ja lieber trocken Weißt du Ich kannte mal eine junge Dame Die der festen Überzeugung war Dass es wirklich Sich beißen bedeutet Und die immer so So geküsst hat Und dann mit ihren Zähnen Meine Zähne lang gegangen ist Das war sehr unangenehm Das war auch ein einziger Kuss Danach nie wieder Aber es war Schwierig Wie auch die Katzen Die Katzen weißt du Wenn die so lecken Dann ist es ja so richtig wie Sandpapier So sandig Ja aber das ist nicht weil es trocken ist Sondern weil da ja diese Krallen raus sind Ganz viele Haare Das sieht so widerlich aus Einfach diese Scheiße Ich meine die Zungen sind ja dafür da Um Fleisch von den Knochen zu reißen Ja das funktioniert sehr gut Deswegen sieht es so niedlich aus Wenn Katzen essen Warte mal vielleicht wollte der Typ das mit ihr machen Ich habe ihn fürs erste Date zu mir nach Hause eingeladen Wir waren erst an einem neutralen Ort spazieren Ich habe mir ein Bild von ihm gemacht Lieber Kerl Dann haben wir bei mir gegessen Und den Abend zusammen verbracht Meine Wohnung befand sich damals im Erdgeschoss Und ein Fenster war stets geöffnet Die Jalousien beinahe ganz heruntergelassen Ich habe mir tatsächlich nichts dabei gedacht Als ich ihm erklärte Dass ich das Zimmer so lasse Dass meine Katzen jederzeit ein- und ausgehen dürfen Zwei Wochen vergehen Und wir verabreden uns erneut Ich biete ihn an Ihn vom Bahnhof abzuholen Und gemeinsam zu meiner Wohnung zu laufen Er besteht darauf Ein Taxi zu nehmen Ich bestehe darauf Ihn abzuholen Er erklärt Dass sein Akku jetzt leer geht Ich stehe eine Minute nach seiner Ankunft am Bahnhof Ich weiß, wo es hingeht Ich weiß, wo es hingeht Er ist nirgends zu sehen Ich laufe schließlich irgendwann wieder Richtung meiner Wohnung Auf einmal ruft er mich an Und fragt, wo ich denn wäre Ich erkläre, dass ich ihn noch abholen würde Er jedoch habe sich jetzt ein Taxi genommen Und ist bei mir Kein Thema Er wartet schnell auf mich Wir legen auf Moment mal Ich rufe ihn wieder an Sag mal, war dein Akku nicht leer? Stille Nicht nur, dass der Kerl einfach so in meine Wohnung eingestiegen ist Um sein Handy zu laden Er hatte sich bereits bequem gemacht Und hat sich ein Getränk eingeschenkt Oh! Eine Intuition Eine Intuition Eine Intuition Eine Intuition Vor allem habe ich in seinen Rucksack gesehen Welches bis auf einen Analplug Und ein lobioses kleines Fläschchen leer war Was? Okay Warum hat er ein Analplug teil? Das Fläschchen interessiert mich eher Was war da drin? Das war absurd, dass ich gar nicht erkannt habe Dass ich mich gerade tatsächlich in Gefahr befinden könnte Der gute Mann wurde hochkant rausgeschmissen Und besaß noch die Dreistigkeit, mich zu fragen Ob er noch sein Handy hier zu Ende laden könnte Er muss ja irgendwie ein Taxi wiederkriegen Strom ist zu teuer geworden Oder? Das ist doch so Da läuft einem doch Schauer über den Rücken bei den Gedanken Was da alles hätte passieren können Der Kerl hat mir einen vorgeschwafelt Von wegen, er hätte ja den Glauben an die Liebe aufgegeben Aber bei mir wäre es ja was anderes Dann waren wir bei ihm im Zimmer Und auf einmal macht er den Hintergruß aus dem Nichts Mit der Begründung Das hätte irgendwas mit dem japanischen Und Autos zu tun Ich bin da mit der abgehauen, mit der Ausreden, dass mein Hamster gestorben ist Also, ich meine eher, okay, Typ Ach Hitler grüßt du haus ab, verstehe ich Aber wie pullt man das mit dem toten Hamster? Tut man so, als hätte man eine Nachricht von den Eltern bekommen? Oder ist man so auch von wegen, ach, das ist mir gerade reingefallen? Der hat nicht geschlafen Der war tot Ich weiß nicht, ich kann mich gerade nicht konzentrieren Weil ich suche gerade eine Automarke, eine japanische Oder die klingt Wie, ich meine, wenn du quasi Hyundai machst Oder Mitsubi Nee, funktioniert auch nicht Typ hat mir ungefragt 214 Nicht übertrieben, waren wirklich 214 Fotos von sich geschickt Und wollte, dass ich dann kommentiere, was mein Lieblingsfoto ist Sicher, dass das ein Typ war und nicht deine Mom, die aus dem Urlaub zurückkam Ey Mara, schön, dass du da bist Und freut uns sehr, dass wir dir Unterhaltung spenden können Ich hoffe, falls wir euch auch Unterhaltung spenden könnten Schreibt es doch mal gerne Oder irgendwie die Oma Ja, aber das ist doch so von wegen Du besuchst die Oma und die war im Urlaub Und dann sitzt du da und musst irgendwie 2000 Bilder angucken von ihrem Urlaub Das kenne ich nämlich nicht, weil meine Oma keine so digital Stimmt, wo der Chatz gerade sagt, natürlich Der allerechte Hase Der war das mit den 214 Nachrichten True Vital Fotos oder sowas macht und deswegen gibt es keine Fotos einfach, wenn sie irgendwo war Und wie viele Leute über 80 machen das? Meine Oma Du hast eine krasse Oma, ja Ich stelle sie mir gerade vor, die hat bestimmt auch so dicken Bizeps, oder? So dickeren Bizeps als ich und Apps und alles Jeder hat dickeren Bizeps als du Ich frag mich, ob auch welche dabei waren, die nackig waren Schickt einfach so 214 Dickpics, wo du auch noch kommentierst Ja, ja Ich meine, vielleicht sollte sie einfach nur halt abchecken, welche Bilder er für die benutzt, die er wirklich daten will Nach einer netten Nacht voller Leidenschaft, so at least wie ich dachte, teilte sie mir am nächsten Morgen mit, dass wir uns nicht mehr wieder treffen sollten Mit dem Grund, ich glaube, du hast mich lesbisch gemacht War mal eine Erfahrung? Ähm, Ente Äh, ja, ich hoffe, dein Selbstwertgefühl ist dadurch nicht irgendwie im Keller gegangen Aber wie macht man jemand lesbisch? Vor allem halt auch gemacht Okay, vielleicht war es mal eine Experience Die sie gesammelt hat und dann gemerkt hat Oh, das ist ja nichts, weil sie es vorher nicht getestet hat Aber gemacht? Ich war in einer Beziehung Kurze Zwischenpause Freunde Für alle, die hier jetzt im Livestream sind Für alle auf YouTube Die auch noch in den Livestream dann kommen, wollen, werden Ausrufezeichen Moment in den Chat Wir sind kurz davor Wie ich gerade hier im Chat lese Von Lea von Moment Die ersten mit über 3000 verkauften Moment Packs zu sein Also Geht rein Und gönnt euch Nicht Moment geschrieben Moment M-O-U-M-I M-O-U-M-I-N-T Ist das richtig? M-O-U-M-I-N-T Müsste Kommt er Ja Genug Fahr auf YouTube Kommt einfach ins Stream Und guckt zu Beziehung Nach 10 Monaten hat mich mein Freund nach Polen zu seiner Familie mitgenommen Und er hat mich dann zu einer Führung durch Auschwitz gebracht Ist Auschwitz-Besuchen jetzt so schlimm? Aber nach 10 Monaten würde ich halt nicht mehr sagen, dass man quasi datet, oder? Nein Dann ist man zusammen und dann macht man eventuell ja auch Dinge zusammen Bissensausflüge oder sowas Genau Das ist also kein schlechtes Date, was du hattest Du hattest einen interessanten, aufschlussreichen Ausflug Ähm Der natürlich ein bisschen Betrübend und melanchol Schön, dass ihr die Seite gededosed habt und sie down ist Die Leute von Moment kümmern sich darum Geht gleich wieder Coolig ist Das erste Date wäre schon so, ja Das wäre wieder ein Statement Damals vor Smartphones schrieb ich mit meiner Angebeteten Kommst rum, hab auch Bier Leider stellte ich nach dem Versenden fest, dass Bier die gleiche Zahl in Folge wie Aids besaß Und T9 tatsächlich Bier zu Aids korrigiert Kommst rum, hab auch Aids Ey, Schwester, ich hab wirklich eine Menge Aids Ich hab den ganzen Scheiß-Kühlschrank voller Aids Also wirklich Ich hab auch alle Sorten, die du brauchst Ich hab Super Aids Ich hab Aids, ey Ich hab alles Ich hab sogar was im Tiefkühler Den harten Stoff, den hochprozentigen Ich hab so viel Aids da So viel kannst du niemals im Leben essen Hochprozentiges Bier Ich habe mich mit jemandem getroffen, den ich vorher in einer Bar kennengelernt habe Warum schrei ich so laut? Bei dem ersten Date war alles cool Er war sehr freundlich, witzig Er hat mich dann in seine Wohnung eingeladen In der Wohnung auch nichts auffälliges An Möbelstücken oder ähnliches Eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung Wir haben dann angefangen rumzuknutschen Als ich schon halbnackt auf ihm lag Oh, jetzt wird's heiß Fragte er mich, ob ich ihn in eine Kuscheldecke einrollen kann Und ihn dann verprügeln würde Auch gerne mit anspucken Als ich ihn verdutzt anguckt habe Und ihn gefragt habe, warum er das mich fragt Meinte er, dass ich so ein Vibe abgebe Als wenn mir das aufgefallen würde Streit sie das irgendwie aus? Leuchtet sie grün und zeigt damit Vielleicht war sie einfach Hat sie anspuckende Stärke ausgestrahlt, Freunde Ihre Verprügel-Aufnahmefähigkeit Ich habe mich wieder angezogen und bin gegangen Schon im Bus habe ich ihn blockiert Okay Aber das mit dem anspucken spüre ich auch bei manchen Leuten Muss ich sagen Dass du sie anspucken willst? Nein, dass sie von mir angespuckt werden wollen Du zum Beispiel Ich meine, man kann's halt so Er hat recht Steven Ich, äh Bin, bin down Ich bin down Und so sehen Wenn das halt so sein Ding ist Andererseits kann man ja auch gewisse Vorlieben Vielleicht ein bisschen später offenbaren Aber dann unterdrückst du ja Wie du selbst bist Ich finde, du solltest ja gleich beim ersten Date zeigen Wie du wirklich bist Direkt so beim Hallo Schauen zusammen Grey's Anatomy Oh, das klingt auch ein grauenvolles Date Wir können ja auch fernvolles Aber da ist ja noch mehr Text Nein Folge Frau wird vergewaltigt Beißt dem Kerl den Schwanz ab Er fängt dann an zu fummeln Und wollte mehr War sowas von rum für mich ab dem Punkt Also hat es ihn an Auch ein schwieriger Moment Da Da heiß zu werden Hast du gesehen, wie sie ihm den Schwanz abgebissen hat? Hast du da auch Bock drauf? Ganz schwieriger Moment, glaube ich Angeturnt oder hat er es einmal nicht gesehen? Scheinbar, Ricardo Vielleicht auch, wenn ich mit jemandem Grey's Anatomy gesehen Ich würde einfach outzone Also ich würde mit dieser Person nichts zu tun haben wollen Aber okay Ich weiß nicht Vielleicht hat er ja auch bei ihr gespürt Einfach Hätte so eine Penis-Abbeiß-Aura oder so Manche Menschen haben auch sehr, sehr, sehr merkwürdige Fetische Aber no shaming Hier bei uns bei Space Rocks ist alles erlaubt Oh doch, manche Sachen shaming Gebt mir den Kartoffelbrei Das meine ich nicht Wir lernen uns über eine App kennen Die bewusst keine Profilbilder erlaubt Damit sich die Nutzer nur über den Charakter matchen Wir schreien Kennt ihr die App? Keine Ahnung, was das ist Kennt mich ja gar nicht mit Dating-Apps aus Weil ich einfach schon so lange vergeben bin Ich glücklicher Aber welche App ist das? Einige Wochen treffen uns Und das Date dauerte 15 Minuten Weil ich für einen Freund okay aussehe Für einen Partner aber zu hässlich bin Auch in Ich meine Es ist ein ehrlicher Mensch Ihr habt euch über den Charakter kennengelernt Und ich weiß nicht Also da finde ich Sollte man dann auch all in gehen Und das versuchen Mit der Person einfach Hast du die Kuscheldecke auch dabei? Ich habe immer eine Kuscheldecke In meinem Kofferraum Ich habe immer eine Tracht Prügel dabei Das ist übrigens wahr von Rick Ein richtig schönes Date miteinander Sie schlägt ein zweites Date vor Und fährt übers Wochenende wandern Nach dem Weg schreibt sie übers WhatsApp Dass sie von ihrem süßen Kommiliton eingeladen wurde Und doch lieber ihn will Warte mal Ich stelle mir gerade vor Wie sie dir halt jetzt Irgendwie so sitzt Irgendwie Auf irgendeinem scheiß Berg Barfuß Mit so einem von diesen Riesen Wanderrucksäcken Weißt du Die so drei Meter groß sind Und dann siehst du den Kommiliton Kommiliton da unten Irgendwie im Tal Weißt du Und denkst so Oh der ist so süß Und schreibt das irgendwie Mein Kommiliton ist so süß Ich will den bumsen So Warum schreibst du das Dass sie den süßen Das ist nicht so nett So was zu schreiben Okay Danke für den Hinweis Weiß nicht ob es die App aus dem Video ist Aber es gibt eine Die heißt Love-Tastic Und funktioniert genau so Danke für die Info Eben oder Das man Ich will doch lieber den anderen haben Oder Nee das ist ehrlich Aber irgendwie ist es nicht so Mich stört dieses Warum schreibt sie süß Erstes Date lief super Zusammen am Kanal gewesen Und da mit Longboard Eine kleine Tour gemacht Zweites Date im Café Verstehen uns weiterhin super Auf einmal sagt sie Mit einem unschuldigen Lächeln im Gesicht Dass sie die letzten drei Exfreunde betrogen hat Weil sie nichts anderes verdient hätten Okay War doch das letzte Date Wer sagt sowas bei einem zweiten Date Also ich finde Leute Die Longboard fahren Finde ich schon mal sehr schwierig Das ist das wahre Problem Das ist das Problem Ich meine Weißt du Die strahlen so eine Aura ab Als würden die Penis abbeißen Äh Sie war bei mir auf Toilette Rief mich an die Tür Und fragte nach Seife Ich sagte Damit das besser flutten Ich sagte Dass die Seife auf dem Spülkasten liegt Nicht zu übersehen Ich kann sie nicht finden Hört ich nur Dann machte sie die Tür auf Und ich sollte ihr die Seife zeigen Die Tür öffnet Und ein beißender Gestank Hat mich fast zum Kotzen gebracht Sie hat einfach geschissen Und vom Geruch kosten lassen Das ist jetzt zehn Jahre her Und ich kann es immer noch nicht fassen Stevens Welt ist jetzt zerbrochen Ja Kacken auf Frauen Ich hab mich mal mit einer Frau getroffen Die sich als völlig schräg herausstellte Wir kannten uns nur vom Chatten Und Lea das stimmt Das tut mir leid Ich hab neue Neue Ich hab gestern erst Den Stream neu eingerichtet Und hab noch nicht alle Alerts drin Schon da schickte sie mir irgendwann erotische Bilder von sich Also bis jetzt sehe ich nichts Falsches Irgendwann haben wir uns dann bei ihr zu Hause getroffen Fast das erste was sie mir erzählt war Dass sie dabei wäre Einen Bücher über all ihre Sexpartner Die sie im Laufe der Zeit gehabt hätte Zu schreiben Sie hatten mir das Manuskript auch gezeigt Weil sie Tipps und ein Urteil über ihren Schreibstil von mir erwartete Ich habe ihr Manuskript nur angelesen Da es sehr umfangreich war Es war eine reine Pornografie Und die Kerle nach ihrer Angabe mehr als 100 Kamen dabei nicht gut weg Diese ganzen amorösen Abenteuer haben So erzählte sie im Laufe von drei Jahren stattgefunden Ich habe lieber auf näheren körperlichen Kontakt verzichtet Da ich weder in ihrem Buchland noch mit 100 Kerlen in Konkurrenz treten wollte Auch wenn ich es nie herausgefunden habe So hoffe ich, dass sie besser poppen als schreiben kann Denn die Schreibstil war wirklich unterirdisch Das ist aber auch ein merkwürdiges Ding Wenn du jemanden zu dir einlitzst und dann so Ey, hier, wenn wir ficken Dann schreibe ich da drüber Realev schreibt Nein, meine Ex hat auch damals ihre sexuellen Erfahrungen aufgeschrieben Uh, wild Das heißt auch die mit dir Sind die im Internet zu finden? Freunde, habt ihr auch Ex-PartnerInnen Die ihre sexuellen Erfahrungen mit euch und oder anderen mit der Öffentlichkeit teilen? Dann lasst es doch in den Kommentaren wissen Erzählt doch mal Alles was passiert wird Menschen lesen Jedes Detail Bloß kein Druck Ich bin übrigens wie Stephen King nur für Pornobücher Das heißt alle lesen mich Und ich jeden Fall kann ich jeden Monat Der Oma wird das lesen Genau und jeden Monat kommt ein scheiß Buch von mir raus Gerade Sex ist doch etwas, wo man nicht unbedingt will, dass irgendeine Person dann darüber schreit Ich meine, es kann ja basierend sein auf echten Geschehnissen wie so ein scheiß Film, der scheiße ist Du kannst ja die Namen wenigstens ändern und so ein scheiß Das ist auch nicht so gut beschrieben Andere und Feten ersetzen Ey, wir haben Sex und da machen wir einen scheiß Film draus, der scheiße ist Was laberst du? Äh, Fifty Shades of Grey 1 und 2 Ich fand mal jemanden ganz nett, aber anstatt, dass er sich Mühe gab, mich kennenzulernen oder so Kam er bei mir ständig drauf an und hat sich irgendwelche Pillen eingeworfen Also er war druff Ah Konnte sich dann nie daran erinnern, dass er bei mir war Ey, es ist ganz oft ein erstes Date Äh, ich war eindeutig zu nett und machte mir auch noch Sorgen Irgendwann hat er sich Drogen gekauft, als ich dabei war Danach hab ich den Kontakt abgebrochen Drogen sind schlecht, nehmt sie nicht in euren Mund Vor allem nicht, wenn es, keine Ahnung, Pillen sind, die wahrscheinlich für Pferde gedacht sind oder so Spritzt ja auch nicht in eure Venen und Adern Und so Macht einfach, mach einfach nicht Erfolg rein Hast du ein Date, hast ein erfolgreiches Date, hast du eine Freundin Sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber die deutsche Sprache Bruder Back to Base schrieb Ich habe eine Ex, die im Bett ein Brett war Aber ich glaube, kann hier nicht mithalten Und ich dachte natürlich, die war richtig gut Und jetzt schreibst du Brett im Sinne von Bewegen ist keine Option Digga Ich hab's wirklich ganz anders gelesen Ganz anders Du kannst dich da nicht dran erinnern Und dann triffst du sie nochmal und bist so Was? Ja, wär nicht so gut Los, lies es vor Los Ich habe sie Doggy genommen, musste unterbrechen, weil der Hund an der Tür gekratzt hat Ich lasse den Hund rein, nehme sie wieder Doggy Der Hund springt aus Bett Der Hund leckt mir, während ich sie Doggy nehme, am Sack Äh, ich hab dann den Hund genommen und aus dem Schlafzimmer geschickt Danach hab ich sie wieder der Doggy genommen Okay Äh Austiere beim Sex sind teilweise sehr, sehr schwierig Ja, genau, deswegen musst du sie aussperren, das ist ganz wichtig Weil du sie aussperren kannst Ja Ich kann sehr schlecht in meinem Wohnzimmer Sex haben, weil da auch die Küche ist und keine Tür, die man abschließen kann Das ist schwierig Wieso kannst du da kein Sex haben? Ja, weil da zwei Katzen sind und ein Hund Wir müssen ja nicht mitmachen Oh, schade, unser Ordner ist komplett leer mit Dating-Erfahrungen Das heißt, mehr Dating-Erfahrung von euch Gibt sie mir in meinen Mund Ich, dürst, es dürstet mir danach Ich mach, ich nehm auch dieses Mikrofon in meinen Mund Wenn ihr wollt, ich zeig euch auch meine Füße Schreibt nur Geschichten, ihr habt jetzt gerade noch Zeit Wild Wieder ein sehr, sehr schönes, ups Dieses Video Sehr, sehr schönes Video von den Spaceys Da müssen wir einmal kurz zurückgehen Ihr habt es gesche- Das war sehr schön Das war sehr schön Danke So Äh Ja, Freunde Äh, soviel dazu War War gut War ein gutes Video Witzig, aber auch eklig Ja, ist wahr Vetana Dankeschön für 16 Monate Und, äh, Anna Dankeschön für 33 Monate Äh Wär denn jetzt auch noch ein Ohrwurm von Gips mir Ich nicht Bis jetzt Jetzt hab ich einen Ohrwurm davon Wie sieht der Plan aus? Äh, der Plan Ich weiß, ich hab gar keinen Plan Äh, Commander Nikki Dankeschön für 28 Monate Ich Das Lustige ist, ich könnte hier mit euch Einfach auch noch den ganzen Tag sitzen Aber ich hab noch Sachen zu tun Ohrwurm von Gips mir ist, ich hab noch ein Bild Ohrwurm von Gips mir ist, ich hab noch ein Bild Was? Achso, die sind morgen auch noch zu tun Die Sachen, die ich zu tun habe Ja, okay Äh Try not to love challenges Try not to love Eieieiei Rezo Anmachsprüche Ja, Rezo Anmachsprüche Ähm, muss ich halt leider sagen Hab ich schon privat geguckt Ist einfach keine gute Reaktion Dann, wenn ich das Video schon kenne Ist es einfach nicht gut Gibt's ein neues Monoton oder unfähig? Ach, nur Alte Immer noch Fans Spiegel TV Silvester Ja, die war ja auch so lang, ne? Ich muss jetzt leider auch los Kram erledigen Erledige mal Kram Ich geh mal ganz kurz auf Toilette, Freunde Und, ähm Dann Äh, entscheiden wir, wie es weitergeht Ich, ich muss nur Ich muss noch einmal kurz auf Toilette Und dann gucken wir mal Äh Ob wir, ob wir vielleicht noch was Ein Video schaffen oder nicht Ähm Fühlt euch in der Zwischenzeit Ha Ha Ich geh einfach ganz schnell Ja, dann brauchen wir hier nicht Äh So, Freunde Ah Ich bleib noch ein bisschen Ich hab Sachen verschoben Also Äh Stein Dankeschön Äh Cecil Dankeschön für 46 Monate Laberknabe Danke für Drei Monate Commander Niki Danke für 28 Monate Schön, schön, schön Freunde Was Was machen wir Was machen wir Also wir haben immer noch Zeit Für Ähm Gott und die Welt Ja, ich mach mal nochmal eine neue Abstimmung Hey, vielleicht sind hier ja auch Äh Was machen Vielleicht hat sich das ja auch geändert React Gaming Quatschen 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 ist auch entspanntes Äh Q&A Oder sonst irgendwas Wir haben hier alles mögliche Guck mal Domo hat gerade ein schönes Bild geschickt Was die Leute in Berlin mit Schnee machen Falls irgendjemand interessiert That's the spirit Ist hübsch, ne? Berlin halt Ja, ist wirklich schön geworden Ist ein Kunstwerk Sehe ich auch so Ist großartig Den kann man schlecht durch die Nase ziehen So, ihr bleibt weiter bei React Hauptsächlich Bisschen Gaming Bisschen Quatschen Okay Haben auch nicht so viele mitgemacht Aber ist jetzt auch nicht so schlimm Ähm Ich hab eh das Gefühl Das ist das Was dir Was am meisten hier gewünscht wird Freunde Äh Was ist denn eigentlich Zum Beispiel Gibt es noch sowas wie YouTube Trends? Guck mal Guck mal Hier gibt es Trends Äh Äh Bambaba Aha Aha Fußball Fußball Unwetter Unwetter Nachrichten Nachrichten Gibt es nicht, ne? Hi Wann hat der Stream gestartet? Ich hab keinem Stream gestartet Ich kann auch richtig gut reden hier Ähm Um 13 Uhr Der Aber das haben wir doch schon gesehen Das haben wir schon gesehen Realer Irrsinn Realer Irrsinn Das kann man sich auch immer geben Das stimmt Ah Ist alles so schlimm Ist alles schlimm Was ist denn da Was gibt es denn da? Was gibt es denn da? Neues Aha 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 Okay Okay Freunde Also Wir haben zur Auswahl Grasalarm Grasalarm in Dresden Baustellen Baustellen Seifenoper In Bremen Kirche gegen Obdachlose In Düsseldorf Oder Kreißsaal als Grenzgebiet In Baden Gottes Willen Ey Das ist Das ist Die Titel sind so Wurf Also die sind Die Titel sind Abstimmungswurfig Ja Finde ich Ich finde Ich muss ehrlich gestehen Ich glaube Wir gucken einfach alle Ja ihr habt vollkommen recht Das ist Das ist die richtige Einstellung Ich glaube Wir gucken einfach Alle So Freunde So wird nämlich Ein Schuh draus Fange oben an Und arbeite dich durch Ja So machen wir das Äh Freunde 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 Wir gehen rein In realer Irrsinn Grasalarm In Dresden Ich bin gespannt Die Elbe Die Elbe in Dresden Fließt in geordneten Bahnen Doch direkt daneben Spielen sich schier Unvorstellbare Szenen ab Wildwuchs am Körnerweg Gemeingefährlich Verursacher sind Verantwortungslose Anwohner Wie Herr Zabel Das kann die Stadt Nicht durchgehen lassen Und hat ihm Einen Brief geschickt Am 27. Juli Wurde bei einer Vorordnung festgestellt Dass von denen In unmittelbarer Nähe Zum öffentlichen Verkehrsfläche Befindlichen Anpflanzungen In Klammern Bäume Sträucher Auf ihrem oben genannten Grundstück Austriebe Ist und Zweige In den öffentlichen Verkehrsraum hereinragen Hier ist Eile geboten Denn es ist eindeutig Gefahr im Verzug Bei dem Bewuchs Der von Zabels Grundstück ausgeht Finde ich aber auch Sieht scheiße aus Sollte man Sollte man weg machen Sollte man eigentlich auch Da müsste eigentlich Ein SWAT Team Ein SWAT Team müsste da hin Und den Inhandschellen Zwingen Das mit den Zähnen Weg zu machen Es gibt keine Bäume Keine Anpflanzungen Keine Büsche Ich habe hier Ein paar klägliche Grashalme Und genau um die geht es Die Stadt liefert auch Die Beweisbilder direkt mit Ich wollte mich wirklich Vergewissern Ob das was ich auf dem Foto Gesehen habe Wirklich gemeint ist Weil ich konnte es mir Beim besten nicht vorstellen Da hat mir die Sachbearbeiterin Bestätigt Dass genau dieses Gras Mit diesem Schreiben gemeint ist Da war ich sehr verwundert Zabel will zunächst Gras Über die Sache wachsen lassen Aber nicht mit der Stadt Dresden Wir fordern sie auf Als Eigentümer Des oben genannten Grundstückes Den in die öffentliche Verkehrsliche Hereinrahmen Überhang Unverzüglich Zurückzuschneiden Ja Ich weiß nicht was ich machen soll Na Flammenwerfer und gib ihm Weg damit Dann Beton drüber Dass das ja nicht mehr rauskommt Stell dir mal vor Hier der nächste Fahrradfahrer Kommt da rein Das verheddert sich in den Speichen Der fliegt Fliegt rüber Landet Auf einer Mutter Die gerade mit ihrem Kind Also den Kinderwagen schiebt Die Mutter verliert die Kontrolle Kinderwagen fährt weg Gleitet den Abhang runter Slidet übers Wasser Gegen Ein fähren Schiff Was da lang fährt Alles explodiert Nur weil er das nicht zurückgeschnitten hat Vielleicht gefälligst mal tätig werden Sonst setzt es vom Amt Eine deftige Geldstrafe Bis zu 500 Euro Durch das von ihnen unterlassene Einkürzen des Überhangs Ist ein gefahrloses Passieren des Gehwegs Durch Fußgänger Nicht mehr gewährleistet Damit wird die Sicherheit Und Leichtigkeit des Verkehrs Nicht mehr gesichert Ich komme mir vor Wie ein Verbrecher Schuldbewusstsein Ist der erste Weg zur Einsicht Nicht auszug Hier Die hätte er mal fragen können Da hätte er mal ruhig Ein Fuffi springen lassen können Die hätten das hier Weg gemacht Die vier da Bin ich mir sicher Da hätte er auch noch was Fürs Allgemeinwohl getan Arbeit geschaffen Arbeitsplätze Zu denken Wenn hier jemand stolpert Vorsicht Oder einfach nicht mehr durchkommt Bei dieser unfassbaren Enge Die durch das üppige Grün Guck mal da oben Jetzt mal ernsthaft Freunde Da Da oben Da Gefährlich Gefährlich Von Zabel Deshalb hat ja auch Herr Zabel Das schreiben bekommen Die Stadt hätte das an sich Selbst schicken müssen Das ist jetzt aber kleinlich Frag nicht was Dresden Für dich tun kann Frage was du Für Dresden tun kannst So nämlich Kata Dankeschön für den Raid Hallo herzlich willkommen Schön dass ihr alle da seid Ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen Stream Mit Eurer Kata Zuri Der stolter Danke für 28 Monate Wir sind gerade mitten Beziehungsweise wir haben mit dem realen Irrsinn angefangen jetzt Und geht los Ja Also Der Herr hier Wie man sieht Hat eindeutig Gefährliches Gras An seiner Wand Wachsen lassen Und hat hier den gesamten Verkehr behindert Alle Fußgänger Alle Fahrradfahnen Alle Kamen da nicht mehr durch Und ich glaube das was er gerade in seiner rechten Hand hat Ist exakt die gesamte Menge von allem Gras Das machen wir gleich mit Könnte ja auch jemanden stören Ja Oder sich den Kopf stoßen Ja Ja Bei diesem gemeingefährlichen Gras weiß man nie Jetzt läuft wieder alles in geordneten Bahnen an der Elbe Auf die städtische Fläche geworfen Hallo Das Schwierige Müllentsorgung Ja ja Ich glaube der kriegt noch einen Brief Ich glaube der kriegt noch einen Brief Hallo Ich bin Christian und studiere Kulturwissenschaften im 57. Semester Und ich habe ein Gedicht mitgebracht Rosen sind rot Pfeilchen sind blau Warum nicht in der Mediathek Extra 3 schau Gut Schön Gucken wir noch Die Martinistraße in der Bremer Ha Freunde da gehen wir nochmal zurück Da können wir Da brauchen wir Da brauchen wir die doppelte Die doppelte Dosis Jetzt sind wir in Bremen gelandet Die Martinistraße in der Bremer Innenstadt wird umgebaut Mal wieder Zum insgesamt vierten Mal in drei Jahren Das Ziel war schon damals klar Der Autoverkehr in der Martinistraße soll deutlich reduziert Der Platz für Fahrradfahrer und Passanten erheblich vergrößert werden Der Beschluss steht ja schon lange fest Die Martinistraße zurückzubauen Schon im alten Verkehrsentwicklungsplan war sie als Rückbau beschlossen Aber wie kriegt man so einen Rückbau nur hin? Aus zwei Spuren in jede Richtung für die Autos Eine Spur in jede Richtung für die Autos zu machen Und eine richtige Fahrradspur einzurichten Die Idee gab es schon vor zwei, zweieinhalb Jahren Ja, aber diese naheliegende Idee wird erstmal nicht einfach so umgesetzt Nicht in Bremen Stattdessen macht die grün geführte Verkehrsbehörde einen Verkehrsversuch Und dazu braucht es natürlich erstmal eine, na klar, Surferwelle Das urbane Surfparadies ist Teil eines grünen Traums Die bepflanzte autofreie Martinistraße Das soll hier jetzt monatelang in den unterschiedlichsten Varianten getestet werden Zu dem Test gehören auch Liegestühle und noch viel mehr Ich finde das ja gar nicht Also Zu gucken, was deine Bevölkerung am ehesten annimmt Also was wünschen die Leute sich eigentlich Finde ich ja nicht so schlimm Aber ich glaube, das gesamte Prozedere drumherum ist nicht gut gelungen Das wird ein Podest auf 2,50 Meter Höhe mit zwei Aufgängen Und dient dazu, die Stadt aus der Vogelperspektive zu erkennen, erkunden Klar, was man halt so braucht beim Straßenrückbau Weil man einfach auch mal was durchsetzen muss, umsetzen muss, machen muss Damit man auch sieht, dass es besser wird Ehrlich, ich finde es Quatsch Schön ist es ja teilweise, aber es ist rausgeschmissenes Geld Ach, wieso? Dank der Corona-Pandemie ist doch genug Kohle da Aus dem Fonds zur Bekämpfung der Pandemiefolgen kommen 600.000 Euro Nur der Landesrechnungshof hält das für einen Reinfall Das Projekt habe doch recht wenig mit der Bekämpfung der Pandemiefolgen zu tun Was? Ich finde, das hat voll viel mit der Bekämpfung der Pandemiefolgen zu tun Wieder einen Ort zu schaffen, wo die Leute zusammenkommen Sich sozialisieren Spaß zusammen haben Draußen Sachen erleben Das ist doch genau das Was Dazu dient Also irgendwie, weiß ich nicht Hier bin ich gerade Hier bin ich gerade auf der Seite Das Ausprobieren Ja, gut Ich denke, Bremen mit einem Schuldenberg von 26 Milliarden Und der höchsten pro Kopfverschuldung Deutschlands Sollte das Geld anders investieren als in Freizeitspaß Deswegen wurde ich da ausgeraubt Falls ihr es nicht wusstet Ich war einmal in meinem Leben in Bremen Und werde da auch nie wieder hingehen Ich habe einfach nur eins in die Fresse bekommen Und mir hat jemand mein Handy abgezogen Wilder Tag gewesen Wilder Tag gewesen Freizeitspaß? Es geht doch um ernste Verkehrspolitik Auch nach dem Ende der Surfwelle ist noch Geld übrig Für rund 500.000 Euro wird die Martini-Straße mit vielen bunten Markierungen versehen Und zur Einbahnstraße auf Zeit Zudem gibt es viele Poller und noch mehr bunte Markierungen Wir probieren mal dies, wir probieren mal das Was hier abläuft, es geht auf keine Kuhhaut mehr Wirklich nicht Ich verstehe das ganze Konzept einfach nicht Ob es dem Ergebnis richtig was bringt, wird man nach und dann feststellen Absolut Und natürlich gibt es eine Evaluation auf 57 Seiten Das völlig überraschende Ergebnis der Gutachter Eine Autospur in jede Richtung Links und rechts breite Fahrradwege Diese Aufteilung der Martini-Straße habe sich bewährt Das ist die verkehrssicherste Variante Das ist eine Variante, wo Fuß- und Radverkehr viel mehr Raum bekommen Aber eben auch der Verkehrsfluss gewährleistet ist Ja, da geht es gut Besserer Verkehrsfluss Aber Nicht besserer sozialer Ort Also weiß ich nicht Ich habe irgendwie das Gefühl Das ist jetzt zum ersten Mal glaube ich In meinem gesamten Leben Dass ich Der realen Irrsinnsfolge Das nicht irrsinnig finde Sondern eigentlich die Ideen Cooler finde Und das ausprobieren Als dann am Ende die normale Lösung Ein bisschen normalen Menschenverstand Hätte man das auch gleich wissen können Aber erst dank der Versuche und der Evaluation Weiß man das ganz sicher Obwohl die eigentlich sinnvolle Lösung Nämlich eine Spur für die Autos in jede Richtung Plus eine ordentliche Radspur Von Anfang an auf dem Tisch lag Das hätte man eigentlich so machen müssen Hat man verpasst Dafür hat man 1,1 Millionen Euro ausgegeben Um nun das zu tun Was von vornherein geplant war Es ist halt schade, dass die guten Sachen Sich nicht durchgesetzt haben Weil ich glaube wirklich Also wir haben es jetzt schon öfter erlebt Wir haben das ja hier in Berlin auch mal getestet Sachen zu Einfach zu rein Fußgängerzonen zu machen Oder Erlebnis Areas oder so Und irgendwie Haben die Leute das alle immer cool gefunden Und es war total belebt Aber es hat sich nicht durchgesetzt Warum? Ja weiß ich auch nicht Bestimmt Weil sich irgendjemand Wirtschaftlich dagegen entschieden hat Aber Naja Ich finde so Soziale Orte Und Sachen für mentale Gesundheit Ist halt wirtschaftlich immer schwer zu berechnen Und die Anwohner hatten zweieinhalb Jahre Spaß Ja das stimmt Freunde Das waren zwei Folgen Realer Irrsinn Und Erste Irrsinnig Zweite Hm Weiß ich nicht Wie ist denn eure Meinung dazu? Findet ihr so Soziale Punkte So Geile Areas Zu schaffen Weniger Raum Für Verkehr Und mehr Raum Für Menschen Gut oder schlecht Lasst es mich gerne wissen Ja Wie ist denn bei euch? Ja wir müssen ernst und produktiv sein Weiß ich nicht Alles fürs Auto Laserhalle Berlin Okay So Da freue ich mich sehr drauf Der Titel ist sehr sehr vielversprechend Ähm Es gibt viel zu viele Third Spaces In denen man einfach mal abhängen kann Sogar sowas wie Sitzbänke stehen kaum Es gibt viel zu viele Third Spaces Bei denen man einfach mal abhängen kann Sogar sowas wie Sitzbänke stehen kaum irgendwo rum Meinst du viel zu wenige? Ja Achso Da ist die Korrektur Ja 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 ist gut Ich finde auch Es gibt viel zu wenige Also irgendwie Gut Aber es werden auch immer mehr Autos Wird auch immer schwieriger Ich bin jetzt auch schon wieder Wir haben ja in Berlin In Berlin haben wir ja auch ganz ganz viele Ähm Straßen Die auch einspurig geworden sind Um dann da zu große Fahrradwege zu machen Oder sogar Wir haben aus zweispurigen Straßen Oder auch mal dreispurigen Straßen Eine einspurige gemacht Dann Parkplätze Und dann Fahrradweg Fußgängerweg Ne Auch An sich Keine schlechte Idee Und jetzt Ich weiß Ihr könnt es nicht mehr hören Oder Ihr seid voll auf meiner Seite Es gibt ja nur die zwei Lager Äh Bestimme ich jetzt einfach Trotzdem sehe ich immer noch so viele Fahrradfahrer Die einfach auf der Straße fahren Obwohl sie einen riesen Fahrradweg haben Für sich Warum? Erklärt mir das Ich verstehe das nicht Ich verstehe das Ich kriege eine ganze Spur Nur für sich alleine Und sie entscheiden sich trotzdem Auf der Straße zu fahren Ich verstehe das nicht Ich komme darauf mental auch nicht klar Ich schaffe es auch nicht Mich nicht darüber aufzuregen Nein, die Fahrradwege sind nicht zugeparkt Nein, nicht unsere Ich rede offiziell Ist mir vorgestern erst wieder passiert Von Autospur Parkplätze Eigener Fahrradweg Fußgängerweg Und es wird sich trotzdem entschieden Mit dem Fahrrad auf der Autospur zu fahren Ich verstehe das nicht Ich bin da nicht Es sind ja auch nicht die meisten Das muss man ja auch sagen Die meisten Nutzen ja auch den Radweg Aber ich verstehe die paar Prozente nicht Die sich trotz Einem so breiten Radweg Also wo du auch nicht mit der Argumentation Rennradfahrer kommen kannst Der dann Hinter seinen anderen Fahrradkollegen hängt Sondern da können drei Fahrräder Nebeneinander fahren Ich verstehe das nicht So Kurzer Mini-Rant Weiter geht's Freunde Wir gehen Wir gehen bei der Kirche gegen Obdachlose So Freunde Die Kirche hat anscheinend in Düsseldorf was gegen Obdachlose So zumindest der Titel von Realer Irrsinn Ich bin gespannt St. Apollinaris steht in Düsseldorf nicht für Schalen Sprudel Sondern für moderne Spritzigkeit Verkörpert durch dieses schicke neue Tor der gleichnamigen Kirche War auch leicht toll Optisch auch nicht der Hingucker Also es passt nicht in die Architektur einer Kirche rein Sieht schon sehr unfreundlich aus Die Kirche wurde erst renoviert Und dann wurde alles neu gemacht Vielleicht wollten sie den nicht haben Den Obdachlosen Nein, denn der Obdachlose, der hier im überdachten Eingangsbereich kampiert hat Passte nun wirklich nicht zur wunderschönen St. Apollinaris Okay, 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 wild Gut, so würde die zuständige Gemeinde das natürlich nie sagen Sie äußert sich hier eh nur schriftlich und teilt mit In der Vergangenheit gab es an der Kirche häufiger Vandalismus und Verschmutzungen Finde ich voll geil Ist wahrscheinlich ein Plug-in Aber ich mag das Dass sich die Schrift in der Pfütze spiegelt Nur auch durch Fäkalien Ja, denn wie steht es schon in der Bibel Klopft dann und es wird euch geöffnet Aber das ist doch jetzt wirklich hässlich Also erstens setzt es natürlich ein sehr, sehr, sehr schlechtes Zeichen So als Kirche, so als offen für alle So als, ja, gemeindemäßiges Aber selbst wenn du unbedingt willst Dass dieser Obdachlose nicht vor deiner Haustür sitzt Zum, man hätte doch bestimmt zum gleichen Preis auch ein schöneres Gitter Machen können, oder? Muss es, also das ist ja wirklich einfach nicht hübsch Erstens Und zweitens Ist es für mich ja genau das Gitter Wo ich halt easy peasy rüberklettern kann Weil ich hab ja für selbst Selbst wenn ich zwei Millimeter große Beine hätte Hätte ich überall einen Tritt Und dann schön auch noch safe dahinter schlafe Außer wenn ihr obdachlos seid Kirche hat ja einen gesellschaftlichen oder einen sozialpolitischen Auftrag Sich gerade für schwach und arme in der Gesellschaft einzusetzen Und nicht Gitter gegen sie zu errichten Na, na, wer ein Dach über dem Kopf hat Dem macht St. Apollinaris das Tor gerne weit Und davor haben alle Schafe Gottes Platz Da ist es luftiger und trotzdem gemütlich Also wo ist das Problem? Diese Räume, diese Seiteneingänge Sind eigentlich Schutzräume Für jemanden, der schlafen will und so weiter Ist eigentlich verständlich Weil es ein bisschen Wind geschützt und ein bisschen Regen geschützt Ich war Fremder und ihr habt mich aufgenommen Sprach Jesus Ja Weil er sich manierlich benommen hat Und kein Ärgernis für die Nachbarschaft war Wie der Obdachlose hier War er doch, oder? Der war ruhig, hat da geschlafen, so da gehaust Also mich hat er nicht geschlafen auf jeden Fall Ich finde gerade im Bereich einer Kirche Sollte man so ein bisschen an Nächstenliebe denken Die sollten die Tür aufmachen Die sollten den drinnen übernachten lassen Ich halte das für nicht so freundlich Wie auch immer St. Apollinaris hat den Obdachlosen in Gottes Hände gegeben Und siehe Wir freuen uns, dass nach unseren Informationen Der Nichtsesshafte inzwischen eine Unterkunft gefunden hat So teilt es die barmherzige Gemeinde schriftlich mit Aber selbst das stellt die Ketzer nicht zufrieden Die Kirche hat argumentiert Dass Gitter hier aufgebaut haben Weil ein Obdachlose einer anderen Kirchengemeinde Direkt in der Eingangstür anscheinend nachts gestorben ist Aus was für Gründen weiß ich gar nicht Und wollten das jetzt hier unterbinden Und Was ist das denn für ein Take Also Woanders An der Kirche ist schon mal Da ist schon mal jemand gestorben Das Ne Ne Das wollen wir nicht Und dann hat ein Nachbar mir eine zynische Mail geschrieben Und hat gesagt Na ja, wenn er dann 20 Meter von der Kirche entfernt stirbt Oder nachts erfiert Dann ist es besser für die Kirche Der Herr ist gut und leitet die Elenden auf seinen Weg Und dieser Weg führt in St. Apollinaris eben vor das Tor Gesegnete Weihnachten Also Ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen Das war Das ist einfach bescheuert Das ist gleich das nächste Mal Freunde Der Kreißsaal als Grenzgebiet in Baden Also das ist Er hatte natürlich in dem Eingang viel mehr Wind- und Wetterschutz gehabt Naja In Baden-Baden lässt es sich gut leben Ein Glück und eine große Ehre für jeden, der hier Tja, ich war noch nie in Baden-Baden Das ist ja hübsch Hier geboren wurde Egal, ob sie in Amerika oder in Dubai oder sonst irgendwo sind Wenn sie sagen, sie kommen aus Baden-Baden Oder gar, sie sind in Baden-Baden geboren Das begeistert natürlich die Leute Man ist schon stolz Wenn man in seiner Geburtsurkunde Baden-Baden stehen hat Möglich Ist das so? Freunde Könnt ihr das Könnt ihr das confirm? Habt ihr schon mal jemanden kennengelernt? Wo stand Er ist in Baden-Baden geboren Und ihr dachtet Krass, Alter Krass Du bist der krasseste Okay Ich hab das auch noch nie gehört Ich wusste nicht, dass das so ein Statussymbol ist Aber da muss man ja vielleicht noch mal an der Urkunde ein bisschen An der Geburtsurkunde ein bisschen feilen An der eigenen, na? Ich macht es das Klinikum Mittel-Baden-Baden-Baden Das hat zwar auch noch Standorte in Bühl und Rastatt Aber die Geburtsstation liegt hier im Klinikum Mittel-Baden-Baden-Baden Dort gibt es für die eiligen Eltern sogar einen Storchenparkplatz Der ist schon so, dass sie das mit Absicht gemacht haben Mit dem Mittel-Baden-Baden-Baden Dann gehen die Eltern in den Kreißsaal und das Kind ist dann in Baden-Baden geboren So gut, so einfach Doch dem stolzen Baden-Badener Storch droht nun Ungemach Denn die drei Klinikstandorte sollen zusammengelegt werden Es entsteht Das Klinikum Baden-Baden-Rastatt Auf diesen Namen haben sich unsere Gesellschaft schon geeinigt Da steht zwar Groß-Baden-Baden drauf Doch das neue Grundstück liegt nicht in Baden-Baden Sondern nur an der Grenze zu Baden-Baden Aber auf Rastatter Gemarkung Das kann der Stadt Baden-Baden nicht gefallen Sie teilt dazu mit In Baden-Baden würden künftig keine Kinder mehr Mit dem Geburtsort Baden-Baden zur Welt kommen Aber ist doch jetzt noch viel krasser Jetzt ist ja Baden-Baden wirklich eine Luxusnummer Weil gibt's nicht mehr Gibt's einfach nicht mehr Kommt keiner mehr nach Besser, das ist schon krass Baden-Baden ist ja eine Kurstadt Eine weltberühmte Stadt Rastatt, relativ unbekannt Von daher ist es schade Eben, es kann und darf nicht sein Dass künftig alle Baden-Badener zwangsläufig zu Rastattern werden Doch der Rastatter Bürgermeister hat eine naheliegende Lösung parat Ich wäre natürlich auch bereit mit Baden-Baden darüber zu sprechen Ob eine kleine Teilfläche Die sozusagen unter einer gewissen Anzahl Kreissälen liegt Den Baden-Baden dann zuzurechnen Also einen Gemarkungstausch zu machen Damit in diesen Kreissälen auch Baden-Badener geboren werden können Das ist die Idee, man Nein, wie großartig Wie großartig Wie er das auch sagt So weltpolitisch Also ich wäre natürlich schon bereit Da fünf Quadratmeter von meinem Rastatt abzugeben Rastatt Rastatt Aber ich weiß, was er will Ich sag dir Der Bürgermeister von Rastatt Der möchte in seine Geburtsurkunde geändert haben Dass da jetzt Baden-Baden drin steht Zieht die Grenze neu Mitten durchs Krankenhaus Die kriegen den See dazu Den See Das war doch geplant alles Genial Dann wäre es prinzipiell möglich Dass der Geburtsort eben nicht nur in Rastatt stattfindet Sondern auch in Baden-Baden Und entsprechend zwei Geburtsorte in einem Kreißsaal Wo ist denn das zweite S? Wie können die denn Rastatt sagen? Wenn es nur ein S hat Ich bin zu doof Oder ein Kreißsaal liegt dann in Rastatt Und der daneben in Baden-Baden? Es gibt also noch keine geplante Gebäudehülle Für dieses Raum- und Funktionsprogramm Also insofern kann man auch noch nicht sagen Wo würde dann ein Potenzial Aber bis der Neubau fertig ist Ist ja noch ein bisschen Zeit Bis dahin kann man sich um andere Dinge kümmern Ob es Baden-Baden ist oder nicht Das ist völlig egal Hauptsache mein Kind ist gesund und munter Und stark und kräftig Nein Sie hat keine Ahnung Schlechte Mutter Es geht nicht um die Gesundheit des Kindes Oder ob es glücklich ist Es muss in Baden-Baden geboren sein Man, echt Hat die nicht zugehört hier die letzten zweieinhalb Minuten? Gemarkungstausch hin, Grenzverlauf her Man sollte das Kind also nicht mit dem Bade ausschütten In Baden-Baden Viele kritisieren an der ARD-Mediathek Dass die Bedienung angeblich schlecht ist Oder kann ich nur sagen Bedienung Die Mediathek braucht doch keine Bedienung Die ist eher ein Buffet Man muss sich nehmen, was man will Zum Beispiel hier oder hier Immer wilde Takes Aber hat mir sehr gut gefallen Ähm Ich werde was mit Ich werde Werde Gucken, wie ich Baden-Badener werden kann Freunde Wie wichtig ist euch denn euer Geburtsort? Hm? Geht so Null Gar nicht Egal Gar nicht Egal Wichtig Ha! Der Luxemburger Ja gut Wer sich so nennt Ja glaube ich Hatte keine Wahl Oh wow Das ist witzig In München wichtig Ich hasse meinen Geburtsort Okay Ha! Das ist Der Wortwitz Wenn du in der DDR geboren bist Hält es sich wahrscheinlich in Grenzen Finde ich witzig War ein guter Witz Ulm halt Kann man Kann man nicht meckern Ist auch wieder der Deutsche Fahrstuhl in der Uni Leipzig Das ist natürlich lustig Wer von euch Wer von euch Ist nicht Im Krankenhaus geboren Hi Bolettenschmied Selber geile Sau Würde mich jetzt wirklich mal interessieren Wer von euch ist nicht Im Krankenhaus geboren Ne Krankenhaus ist nicht Im Kreißsaal Sagen wir sogar mal im Kreißsaal Weil da finde ich Ähm Finde ich natürlich Den Fahrstuhl auch gut Ich bin in drei Krankenhäusern geboren Okay Frankenstein Oh das sind aber einige Haut mal raus Wo denn Wo denn dann Dein Vater auf dem Küchentisch Ja ist ja auch schon mal Hausgeburt 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 Okay Meine Cousine kam im RTW Auf den Welt Alle Geschwister und ich Hausgeburten UR Walk Im Stall bei Bethlehem Okay Klinikeingangstür Auch wild Krankenhaus schon Flur zwischen Kantine Und Kreißsaal Okay Bei der Hebamme zu Hause Im Krankenwagen Auf dem Bett von meinem Bruder Krankenhaus Flur Couch Wild Krass Freunde Zwischen Flur Und Kreißsaal Das finde ich so Das so So knapp Die beim Amt waren wohl Die beim Amt waren wohl Ziemlich verwirrt Weil es in dem Dorf halt Kein Krankenhaus gibt Ja aber Die müssen sich doch Auch auf Hausgeburten Einstellen können Auf der Feuerwache Oh Gott Mini Evi Mich hat Gott aus der Rippe Von Adam geschaffen Reicht das als Antwort Ja Du Eva Ich bin ganz bei dir Schön dass du Immer noch unter uns warst Krass 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 So Freunde Noch mehr realer Irrsinn Noch mehr realer Irrsinn Oder Jo die sind witzig Okay Dann haben wir hier Illegaler Komm dann gucken wir noch Zwei Mächtiger Ständer Okay Überzeugt mich Komm dann her So Freunde Dann gehen wir erstmal rein In die In den illegalen Spielplatz Von der Hallo und herzlich willkommen Hier beim illegalen Spielplatz In Kalkreuth Spielbeginn bei Beate Mohr Im fränkischen Kalkreuth Frau Mohr ist Pflegemama Von benachteiligten Kindern Und Tagesmutter Deshalb hat die Gemeinde ihr Vor vier Jahren Dieses Klettergerüst geschenkt Aber jetzt gibt's Einen Spielplatzverweis Vom Landratsamt Erlangen-Höchstadt Das Klettergerüst Das muss weg Die Schaukel da hinten muss weg Das Kletternetz muss weg Das hängt ja alles An dem Klettergerüst mit dran Dann die Rutschbahn muss weg Und das Rutschbahnhäusle muss weg Was für eine Kacke Bin ich direkt Bin ich direkt angefressen Muss ich direkt gucken Hier Wie groß ist diese Gemeinde Bevölkerung 3000 Einwohner Wurde seit 2008 nicht mehr gezählt Die hat doch bestimmt 10% der Kinder da Versorgt seit Jahren Korrekt Denn die Spielgeräte Sind fest im Boden verankert Ein eindeutiger Spielplatzregelverstoß Und die haben mir dann erklärt Dass sich da eine Baugenehmigung Hätte gebraucht Genau Denn ihr Garten Liegt am Rande Von Kalschreuth Und damit Im Strafraum Es gibt für diesen Bereich Keinen Bebauungsplan Da das Grundstück Im Außenbereich liegt Wo nur sehr wenige Vorhaben zulässig sind Dort dürfen generell Lediglich sogenannte Privilegierte Vorhaben Errichtet werden Moment Privilegierte Vorhaben Sind Biogasanlagen Mobilfunkanlagen Und Windkraftanlagen Beispielsweise Biogasanlagen Mobilfunkanlagen Windkraftanlagen Und Frau Mohrs geschenktes Klettergerüst Für benachteiligte Kinder Ist kein sogenanntes Privilegiertes Vorhaben Außer Es ist eine Mobilfunkanlage Ich war schockiert Erst einmal Weil ich mir Ja ich hab mir gedacht Was soll jetzt das Ich hab nicht mitgerechnet Dass da irgendjemand Hier anschreibt Falsches Spiel Hat eben Konsequenzen Und deshalb Müssen die Spielgeräte Des Anstoßes Bis Ende des Jahres Abgerissen werden Hier ist nichts Weit und Breit Nur Wiese Und Acker Und Bäume Und Wald Also ich weiß gar nicht Warum das hier Überhaupt weg soll Ich verstehe das auch nicht Sie hat das doch Von der Stadt Geschenkt bekommen Was soll denn das jetzt Das ist doch genial hier Und deswegen kann ich Es echt beim besten Willen Nicht nachvollziehen Warum das Ganze hier weg soll Das Klettergerüst steht nun mal Im Abseits Und die Abseitsregel Versteht auch jeder Hä? Hä? Was sagt die Welt dazu? Was? Ja Also das ist doch Das ist doch scheiße Das macht doch einfach nur traurig Da war ja jetzt nicht mal Irgendwas verrückt Sondern das war einfach nur traurig Da war ja jetzt auch keine Lösung Da hieß ja jetzt einfach Das ist durch Hm Ich kaufe der mächtige Ständer Hol's wieder raus Der Barmer Weihnachtsmarkt In Wuppertal hält für Besucher Einiges bereit Traditionell steht hier immer Ein mächtiger Baum Und verdeckt das halbe Rathaus Elf Meter Zwölf Meter The sky is the limit Grundsätzlich waren die Bäume Sehr sehr schön Die ganzen Jahre gab es Einen schönen großen Baum Und auch in diesem Jahr Ist es wieder gelungen Ein Exemplar zu finden Das wahrlich Großartig ist Der Baum ist mir ein Begriff Ja Man spricht drüber Und dann spricht man Über den Weihnachtsmarkt Vielleicht kommt Den Leuten das hier zu gut Wenn man nur hergeht Um sich den Baum anzugucken Und dann vielleicht Ein Fischbrötchen ist Und hier ist er Der Wuppertaler Weihnachtsbaum 2023 beim Aufbau Erhabene 5 Meter Festlichkeit Ich habe zufälligerweise gesehen Wie der aufgebaut wurde Da war ein riesengroßer Kran Da hätten sie zig LKWs mit Husten können Da ist er reingesetzt worden Warum denn auch den Kran anpassen Nur weil der Baum kleiner ist Aber das ist schon irgendwie süß Tropische freut mich Dass deine Stadt hier so Gut unterwegs ist Da standen vier Mann rum Die vier hätten ihn noch alleine Reinschicken können Aber der Aufwand Hat sich doch nun wirklich gelohnt Das gibt's nicht Solch ein Riesenständer Und dann der Baum da drauf Als er nackt war Und alleine da stand Sah er wirklich ein bisschen erbärmlich aus Aber geschmückt wächst er über sich hinaus Die Marktbeschicker haben sich natürlich Habt ihr gesehen Sie haben auch ganz viele kleine Weihnachtsbäume noch drum herum gestellt Damit das nicht so auffällt Oder war das schon immer so Aber geschmückt wächst er über sich hinaus Die Marktbeschicker haben sich natürlich etwas gedacht Bei diesem besonderen Baum Vor ca. sieben Jahren Haben wir während der Aufbauzeit Nachts Sturm gehabt Und dann ist der Baum umgefallen Hab ich dann gesagt Da müssen wir eben mit einem kleineren Baum ran Safety first Wenn auch erst nach einigen Jahren Denn auch nach dem umgefallenen Baum Gab es noch größere Exemplare Erst in diesem Jahr Ist er auf gute Wohnzimmergröße geschrumpft Denn Wohnzimmergröße ist jetzt auch ein bisschen übertrieben Obwohl man natürlich auch sagen muss Die Verdienste bei den Öffentlich-Rechtlichen Die haben wahrscheinlich alle große Wohnzimmer Aber gut Schauen wir mal weiter Ach ein Hingucker Welchen Baum? Na sehen Sie den denn nicht guter Mann? Hier Hier Ach da vorne Und jetzt auf einmal so einen kleinen Nö, passt doch gar nicht Erschreckend Ich finde einen Baum, der höher gewachsen ist, schöner Man sieht ihn ja kaum Dabei ist alles doch nur eine Frage der Perspektive Und der Relation Der wirkt nur hier deshalb für klein Weil dieses imposante Rathaus nebenan steht Eben Und groß trinken kann man Rathaus abreißen Ich fühle den Take Ihn sicher immer noch Mit genügend Glühwein Sieht man auch diesen Baum irgendwann Doppelt Ja gut Also Ähm Ja Ja Der eine war Das eine war traurig Den armen Kindern den Spielplatz wegnehmen Und das war jetzt einfach nur Ja Aber okay Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Weiß nicht Zu den Zweien Die habe ich nicht so gefühlt Die habe ich nicht so gefühlt Die beiden Ja Ich glaube auch Man kann sich über Weihnachtsbäume aufregen Muss man aber nicht Ja Das ist wahr Das ist wahr So Was gibt es denn noch? Das ist wahr Bam 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 oh, da kam ja auch das eine oder andere, fällt mir gerade auf wo waren wir denn da Laberknabe, danke für drei Monate, Cecil danke für 46 Monate, Stein, danke für 25 Monate der Stolte, danke für 28 Monate Bergsteiger Müsli, danke für acht Monate mal Kavian, danke schön für 40 Monate, Baggio Bär, danke schön für 33 Monate und Lina Chaos Queen, danke schön für 20 Monate, seit dem Hot Hop Stream zahle ich für euch Sex Cells, läuft Küsch Joghurt, danke schön für 5 Monate Sasek, danke schön für 15 Monate das ist sehr, sehr nett Schwarze Träne, Huo Paul, darf ich dich fragen, ob ihr meinen Brief lesen konntet Ich müsste jetzt nachdenken, ich habe einen sehr, sehr langen Brief geschrieben, äh, gelesen wo es für jeden Einzelnen von uns eine eigene Variante gab war der von dir, ich habe nämlich gerade den oder die Absenderin nicht mehr im Kopf Nee Okay Dann weiß ich es gerade nicht Vielleicht liegt er auch im Büro War lang nicht mehr da Wie kann man euch was zusenden? Äh, könntest du an unser Büro schicken tatsächlich Hi Nancy Ja Ich finde es auch krass dass ich noch da bin Hukanelli, danke schön für 29 Monate Ach Du meinst den Brief aus deiner Kiste Doch, den haben wir doch schon vor Ewigkeiten gelesen So Freunde Ja, natürlich Verzeihung Das ist, äh Das ist, äh Das ist, äh Das ist, äh Gott, jetzt habe ich hier ganz viel extra 3 bei mir drin plötzlich So Was gucken wir denn noch Daniel, willst du dieses Jahr wieder eine Runde drehen mit mir? Weiß ich noch nicht Aurora Maxime Dankeschön Für das verschenkte Abo Achso, das hast du jetzt gemacht Ähm Extra Um den Hypetrain zu starten Ich bin, ähm Ich bin sehr dankbar Freunde Level 2 Hypetrain Und hier Auf den Dienstagnachmittag Dashcam Driver Germany Ja, da können wir auch nochmal reingucken Dashcam Driver Germany Gibt es da so eine Compilation Vor drei Tagen Oh Gott Vollbremsen Ja, gucken wir einfach das Neueste, oder? Gehen wir einfach da rein Schauen wir mal, wie das so ist So, Shiba Inu, Dame schaut nun auch wieder zu Sie liebt eure Streams Genau Dankeschön Ähm Kannst du wieder Twitch gucken, ja? Das ist doch schön So, Freunde Wo seid ihr? Da seid ihr Gut, dann gehen wir nochmal rein In, äh Dashcam Germany Ja Aurora Maxime Dankeschön Nochmal Kann schauen Aber nur live Worts sind off Und Twitch zieht sich aus Korea zurück Ja, ja Krass Macht das Macht das Gut, Freunde Wir gehen rein In Dashcam Germany Betrug im Parkhaus Vollbremsung Für Reh Und Engstellen Chaos Ich bin gespannt Oh mein Gott Geisterfahrer Ganz große Angst, ne? Ein Hallo und Willkommen im Parkhaus Das Auto vor dem BMW Fährt irgendwie rückwärts Was macht der denn jetzt da? Wer macht Platz? So richtig schlau wird man daraus ja nicht Oder besser gesagt noch nicht Keine Ahnung Haben sie nicht bezahlt das? Da stehst du mal auf Und jetzt Ja, was er da jetzt gerade vorhat Warte doch mal Der versucht glaube ich gerade zu drehen Ach, der will mit rüber Ja, ja, ja Ist doch gut Das ist ja nicht zu glauben, ey Tatsache Da fällt dir auch nichts mehr zu ein drum Weiter geht's auf Aber Er hat wahrscheinlich Also ich meine War jetzt nicht die beste Lösung Weil hätte man schneller hinterher fahren können Aber mit so einem Smart Mit so einem Smart Flaminator, dankeschön Mit so einem Smart Kommt man da durch Vor Autobahn Viel Spaß und Abfahrt Ach, das ist halt irgendwie Auch immer wieder das gleiche Ja, es mag halt unglücklich sein Wenn auf der Abfahrt Stau ist Aber wenn es in der Situation Nicht mehr anders geht Ja, dann sollte man Bevor man andere gefährdet Lieber weiterfahren Halten die Leute aber irgendwie nichts von Nö Bin ich überhaupt auch kein Fan davon Sich da denn noch reinzudrücken Also gar nicht Mit gehangen, mit gefangen halt Na klar Auf der rechten Spur erstmal anhalten Was soll da schon schief gehen Lieber mal schnell weg Nehmen wir mal die Auffahrt Toll Das hat dann Also So war das jetzt aber auch nicht gemeint Der war schnell Schock Ich hab's gar nicht realisiert Ich hab gesehen Da läuft was Aber Ich bin echt froh Das hat nicht viel gefehlt Ne, der war auch ganz knapp Ey Ich fühl das ja auch Also das Bremsen Und ich komm Man soll's ja nicht machen Das ist ja super gefährlich eigentlich Die Person wird wahrscheinlich auch gecheckt haben Dass hinter ihm niemand ist Und so weiter und so fort Aber auch dieses Was man eigentlich in der Fahrschule lernt Ey korrigiert mich Falls es inzwischen eine andere Regelung dafür gibt Aber in der Fahrschule hab ich gelernt Draufhalten Man darf nicht bremsen Weil man Weil's halt Den ganzen Verkehr behindern Also Weil's zu Schlimmerem führen kann Aber Digga Das zu können Ist auch echt schwierig Ne Gut, dass ich langsam gefahren bin Ja Und gut, dass ich so schnell reagiert Und das ist noch das Ich muss noch Ja Ja, aber da musst du doch schon bremsen Alter ey Also klar Ist doch nicht wahr, oder? Der Lkw-Fahrer entschuldigt sich hier noch bei uns Aber Hat der uns hier echt übersehen? Ja Aber im Übersehen sind wir sowieso gut Die Fahrradampel wird grün Ey Die Fahrradampel Aber während das hier wohl nur ein Versehen war Ist das in anderen Situationen anders Die Baustellenampel ist ganz klar rot Ja Okay Alles klar Ach, da hat er ja gerade so nochmal Glück gehabt Dass er da noch vorher gekommen ist Aber ein Sinner Martineo scheint diese Blitzbieren magisch anzuziehen Die Ampel da vorne wird rot Und jetzt Was willst du dazu noch sagen? Alter Aber dunkle Kleidung ist immer wieder schön Habt ihr die hier eigentlich gerade überhaupt gesehen? Wen fragt ihr euch? Na die Joggerin Loll Habe ich nicht Manchmal gibt es so Videos, die einfach genial sind Wir sind hier mit dem Lkw unterwegs Fahren auf diese Engstelle zu Von vorne kommt jetzt ein Bus Und der denkt sich jetzt Bevor es knapp wird Bleibe ich mal lieber hier Wo noch Platz ist stehen Und lasst den Lkw erstmal durch die Engstelle rausfahren Und äh Jetzt ist der hier noch am rumgestikulieren So nach dem Motto Er wäre hier der Einzige, der alles richtig macht Oh Leute Ich meine ja Wenn ich hier noch einen Tipp geben darf Der Busfahrer hätte hier Wenn er in die Engstelle einfahren will Den Blinker schon nach links setzen können Dann hätte der Hintermann sicherlich auch nicht mehr überholt Aber der Transporterfahrer hat doch Das weiß ich nicht mal Der ist ja schon drüber gefahren Noch bevor der Bus zum Stehen gekommen ist Sowas Ich finde so In so Engstellen Dann einfach so Ein Überholmanöver Hasse ich auch wie die Pest Andererseits beim Ausscheren Schon sofort gesehen Warum der Bus wartet Muss man da mit voller Überzeugung Einfach weiter drauf zuhalten Offensichtlich schon Aber wisst ihr Einer geht immer noch Auch hier Du hast das Hindernis Auf deiner Seite Es ist echt so Als hätte der genau auf uns gewartet Ich glaube ihr wisst schon was kommt Allerdings Erstmal hier irgendwie fix noch durchgequetscht Und ob sich das auch gelohnt hat Warten wir mal ab Kurz darauf vor der Ampel Hallo Mein Gott Aber jetzt wo er wieder Was für eine geile Hupe Was war das für eine Hupe Mach es ab in die nächste Szene Rechts ist wohl irgendwie eine Unfallstelle oder so Jedenfalls sind wir dran vorbei Da kann die Fahrt ja jetzt weiter gehen Was passiert Ganz im Ernst Das hätte auch direkt schon wieder die nächste Unfallstelle werden können Wie wieso Wie Ach du Scheiße Hab ich mich erschrocken Alter Aber was denken sich solche Leute dabei eigentlich Ein Geisterfahrer Was Hunderte Zum Glück scheint hier aber auch im weiteren Verlauf Nichts weiter passiert zu sein Das ist immer die Hauptsache Aber sowas ist einfach gruselig Ja aber was machst du da in dem Moment Eigentlich müsstest du kurz die Straße blockieren Damit der da drehen kann Also der kann ja da ja nicht stehen bleiben Das geht ja nicht so Hm Hier sind wir jetzt mit dem Bus unterwegs Wie ärgerlich aber auch Dass man da rechts gar nicht hätte anhalten können Fast eine Minute später Und ich meine Es ist sicher schwer Immer eine geeignete Stelle zum Anhalten zu finden Mit dem Taxi Aber das hier war doch wirklich Die mit Abstand Allerschlechteste Stelle Weit und breit Die zu finden war Aber komm Es ist bestimmt nur eine Außen Ähm Ähm Also ich will ja jetzt nicht sagen Aber in die Lücke da links Da hätten bestimmt fast zwei Autos reingepasst Dafür hätte er nicht mal rangieren müssen Ich verstehe ja auch nicht Aber nein Man kann ja auch einfach mitten auf der Straße stehen So weit so ärgerlich Aber das ist ja eigentlich noch nichts Was einen jetzt hier massiv aufregen würde Sondern ja Eine Minute später Als das Taxi dann bereits zur Weiterfahrt ist Jetzt will die, dass ich auch noch zurückfahre Das gibt's doch nicht Die soll da reinfahren Ja Was? Ich fahr jetzt da bei der Dings hin Ich finde das sind einfach so Videos Ich verstehe es ehrlich gesagt Aber auch andere Videos versteht man ja nicht Achtet mal auf den Passanten da rechts an der Ampel Oh mein Gott Meister Ich hab den gerade schon tot gesehen Ich hab den auch schon auf der Straße gesehen Und so Alter Schwede Ampeln Ampeln Ja fast juckt mich schon die Ampel Das war jetzt zwar vielleicht ein bisschen dreist Aber harmlos andere hingegen denken Hä? Junge, Junge, Junge Leute Alter, das ist aber auch komisch Du musst Bruder Bruder Bruder, jetzt bin ich kurz mal auf der Seite vom Fahrradfahrenden Boah, hat der BMW-Fahrer hier nicht in den Seitenspiegel geguckt Das hier war dann wohl wieder so ein Fall von Ja, wer blinkt hat Vorfahrt Hier blinkt auch wer Also der LKW da vorne Aber dieses Video hier ist einfach komisch Denn er wechselt jetzt hier auf die mittlere Spur Nur, warum eigentlich? Weil da mal wieder ein Pkw Auf der rechten Spur rumschleicht Und irgendwie bremsen jetzt hier auch alle Viel, viel zu stark Der Vordermann fährt beim Ausweichen hier noch über irgendeinen Teil drüber Aber das reicht ja hier immer noch alles nicht Es geht natürlich noch weiter Hä? Los mit euch Ja, jetzt mal ernst Richtig zur Frage Was ist los mit euch? Was war das? Ja, wenn schon was schief läuft, dann gleich alles auf einmal Aber nur denn, links läuft jetzt bestimmt auch was schief Denn da, da habt ihr jetzt noch eine weitere Dashcam-Folge eingeblendet Habt ihr noch Lust auf mehr Action? Ja, dann klickt da drauf, dann kommt da hin Ich danke euch fürs Zusehen Das war's für heute Bis zum nächsten Mal Schön, Alter, da sind aber auch wieder verrückte Leute dabei Leitplan geblattet gefahren Gönnen wir uns auch noch als nächstes Äh Aber an der Stelle erstmal Passt auf euch auf im Straßenverkehr Und Ey, achtet auch mal auf die anderen Tschüss Freunde, Freunde Wir gucken uns gleich noch eine Folge an Äh Kurz, kurz dazu sei noch gesagt Äh Bakgabu Dankeschön für 19 Monate Melli, Dankeschön für 8 Monate Und Talari, Dankeschön für 30 Monate Freunde, ich gucke jetzt noch die nächste Die, äh Leitplanke plattgefahren Vollbremsung direkt vorm LKW Und überholen Die klingt gut Und danach Bin ich Für heute raus Aber Das, äh Das Video gönnen wir uns noch Dann haben wir heute auch Entspannte Ja 4,5, 5 Stunden Geschafft Und jetzt gucken wir uns noch Leitplanke plattgefahren an Freunde Ein weiteres Dashcam Germany Video Leitplanke plattgefahren Ich bin gespannt Wozu hat der noch übergezogen Ein Hallo und Willkommen zu dieser Folge Ampel wird rot Los geht's Alter was Das kann ja nur noch besser werden Hier ist jetzt grün die Ampel Wir biegen zweispurig ab Und von der äußeren Spur aus zu wenden Wahrlich eine gute Idee an dieser Stelle Aber mit guten Ideen haben wir es heute Mit einem Roller auf der Autobahn Das dürfte da wohl eine weitere sein Lieber mal schnell runter von der Bahn Ach das geht aber noch schneller Und hier Hier geht's jetzt nicht so schnell Aber der Lkw da rechts Wo will der eigentlich hin Das ist komisch klingt Oder ein bisschen Also ich weiß was du meinst Aber dadurch dass es so gar nicht bei mir Oh mein Gott Das steht nicht bei mir jetzt Unser Einsender hat natürlich sofort angehalten Um zu schauen ob alles in Ordnung ist Der Fahrer konnte kein Deutsch und kein Englisch Hat unseren Einsender dann auch erstmal bestmöglich ignoriert Nach zwei Minuten hat der Lkw-Fahrer uns dann aber wohl einen Daumen hoch gegeben Und weiter gewunken Passiert ist ihm hier wohl zum Glück nichts Der Einsender sagt es war wohl auch keiner Alkohol oder dergleichen zu riechen Er vermutet dass der Fahrer hier schlichtweg eingeschlafen sei Ja Oh mein Gott Das ist echt übel Also Sekundenschlaf an solchen Stellen Wir stehen hier vor der Ampel und die wird jetzt gleich grün Und Timing ist dann wohl alles Also ich finde es ist ja die eine Sache Sich vor der roten Ampel im Motorrad vorbeizufädeln Gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu Aber wenn man niemanden gefährdet Aber sowas wie hier Links vorbei, rechts vorbei Und weiter vorne an der Kurven Jetzt noch über die Sperrflächen Also das sind dann doch genau die Kandidaten Die dann wieder für den schlechten Ruf sorgen Unter dem dann alle leiden dürfen So eins muss man ihm hier ja lassen Seitenabstand zum Radfahrer Der war hier perfekt Ja Wenn das mit dem Gegenverkehr jetzt auch noch klappen würde Einfach nur wunderschön Gerade in so einer kurvenreichen Sache Also du steckst ja nicht drin Ja vielleicht Ist gerade irgendwo die Kacke am Dampfen Und der muss da hin Aber wenn es nicht um Leben und Tod geht Bruder dann musst du halt mal ein bisschen zurückstecken Dann muss der Egoismus mal wirklich zurückgefahren werden Und bleib einfach mal entspannt Ha? Ich komm doch auf, nicht klar Die Person am Steuer gestikuliert jetzt hier wild rum In unsere Richtung Meinen, sie hätte Vorfahrt Ja, netter Versuch Aber wer aus dem verkehrsberuhigten Bereich kommt Und das tut die Person hier Abgesenkt der Bordschein auch Strecke wird zweispurig Die da vorne machen Nicht gerade anstalten zum Überholen anzusetzen Drum ziehen wir raus und fahren vorbei Und wie wir hier jetzt in der Spiegelcamp noch sehen können Das war unfassbar knapp gewesen Wäre der hier im Moment eher rausgezogen Der hätte uns doch wirklich genau in den Gegenverkehr reingeschoben Verkehrsbeobachtung ist einfach unglaublich wichtig Sonst kann es verdammt schnell auch mal übel enden Hier, hier parken wir jetzt aus Unser Einsender guckt von uns aus gesehen Jetzt nach links Jetzt in die Rückfahrkamera Und jetzt nach rechts Und klar, bei der Blickführung kann man die Fußgängerin natürlich perfekt übersehen Unser Einsender hat dann noch ausführlich beschrieben, wie er hier geguckt hat Und er kam dann zu dem Fazit, er hätte alles richtig gemacht Und da muss ich aber ganz klar sagen Nein, auf keinen Fall Hier ist jetzt nochmal die Ansicht Jetzt guckt unser Einsender nach links Jetzt nach hinten in die Rückfahrkamera Jetzt nach rechts Und ich glaube, ihr merkt es auch selbst schon Wenn man so guckt wie hier Wird es auch zukünftig wieder passieren, dass man Leute übersieht Guckt doch bitte vorm Losfahren noch ein zweites Mal Um die Entwicklung hinter dem Auto auch besser beurteilen zu können Und ist es beim Rausfahren wirklich mal schlecht einsehbar Das passiert ja öfter Langsam vortasten, das tut der Einsender ja immerhin auch Und ganz generell beim Ausparken halt immer wieder gucken Und neu beurteilen Damit sicherstellen, dass man tatsächlich alles sieht Weil die Sorgfaltspflicht, die habt ihr als Autofahrer halt einfach Und ich weiß, meine Kritik am Einsender mag auch etwas hart erscheinen Das ist aber keinesfalls böse gemeint Ich möchte auch gar nicht bestreiten, dass mir das selbst nicht genauso hätte passieren können Sicherlich hätte es das Weil ich hätte vermutlich genauso geschaut, wie der Einsender es selbst hier auch tat Darum lasst uns das hier viel mehr als Anlass nehmen In solchen Situationen zukünftig vielleicht alle selbst etwas vorsichtiger Und auch sorgfältiger zu sein Hier kommt jetzt ein Einsender Ja Aber Frage an euch Hätte man als Fußgänger Auch schauen sollen Ob da die Lampen vom Auto leuchten Oder nicht Ich finde nämlich auch Also jetzt nicht, dass da irgendwas wäre Aber Ich finde Gegenseitige Rücksichtnahme auch wichtig Im Straßenverkehr Das Fahrzeug von hinten Unser Einsender hier hat eine gute Verkehrsbeobachtung Und macht natürlich sofort Platz Tja, ich meine der Tesla stand jetzt zum Glück im Endresultat auch nicht im Weg rum Aber Situationen wie diese sind fast schon der Klassiker Einsatzfahrzeuge zu nutzen, um selber zu überholen ist eine der absurdesten Sachen überhaupt Also wirklich Hier fahren wir jetzt Lkw und Ja, ich weiß ja nicht Also wenn man überholen will, es wäre halt schon auch ganz gut, wenn man wirklich schneller wäre Aber nur denn Rechts von uns ist übrigens eine Autobahnabfahrt Ähm, ja Der da vorne Der steht wirklich sehr schön Front schon in der rechten Spur drin Und ob unser Einsender hier hätte anhalten müssen Ja, weiß ich auch nicht Ich denke, da wäre man schon dran vorbeigekommen Aber eigentlich tut das ja überhaupt nicht zur Sache hier Weil die Situation ist ja vorbei Es können jetzt selbstverständlich alle weiterfahren Was ist das der von eben? Was war das denn? Ich kann natürlich immer nur das beurteilen, was wir im Video haben Der Einsender schrieb, der Fahrer habe ihn jetzt hier noch beschimpft und ihm gedroht Unser Einsender hätte dem Typen dann wohl gesagt, er würde die Polizei holen Daraufhin drehte er sich um und ging Ja, ob es jetzt noch irgendwelche Gesten oder so gab Oder ob er sich allein durch das Anhalten hier so getriggert gefühlt hat Dass es zu der Aktion kam, weiß ich nicht Eigentlich spielt es aber auch keine Rolle Weil so schneiden, ausbremsen und dann aussteigen Es ist doch einfach nur noch völlig daneben Ja Aber ja, bevor jetzt der Glaube an die Menschheit völlig verloren geht Also wenn das nicht mal eine absolut doofe Stelle für eine Panne ist Ja, dann weiß ich auch nicht Unser Einsender steigt aus, bietet seine Hilfe an Vielleicht kommt noch eine weitere Person dazu Und sie befördern das Auto jetzt zumindest mal aus dieser doch sehr misslichen Position Hier von der Straße runter an eine bessere Stelle So kann es doch auch mal laufen Ja Habe ich auch letztens gesehen, exakt das gleiche Boah, schnell schnell Ab zur nächsten Szene Hier haben wir zwei gerade Ausspuren und links davon die Linksabbieger Gehört ihr im Winter eigentlich zu den Frostbeulen oder kann euch die Kälte nichts an? Kurze Hose bei Schnee Haben Ideen die Leute Wo wir schon bei Ideen sind, hier ist noch eine Ich kenne aber genug Leute, die so heißblütig sind Äh, dass die ihr eigenes Kraftwerk sind, dass die auch wirklich so lange es geht kurz Hosen tragen Winter Ja, der hat mit dem LKW wohl die Kurve leider zu schnell genommen Der Name des Einsenders Just in Time Ja, das passt irgendwie auch zu gut für diese Szene Weil das ist er definitiv nicht mehr Vierspurige Bundesstraße Abfahrt verpasst Ach, ist ja kein Problem, man kann ja schließlich anhalten Was? Ey, echt? Ein einzelner Badabum meinte hinterher, es wäre hier auch irgendwie unnötigerweise so knapp geworden Er hätte ja auch nach rechts fahren können, auch wenn er da gar nicht hin wollte Aus Gewohnheit sei er auf die Idee im Reflex aber nicht gekommen Aber Stich Ja, aber ey, hat er auch zu sehr durchgezogen Wort knapp Hallo Aber wie knapp das hier zwischen Felge und Bordteil war, das würde ich lieber gar nicht wissen Aber Stichwort knapp, da haben wir natürlich noch einen Ne, der will nicht noch abbiegen, oder? Boah Eieiei, jetzt mal im Ernst Direkt vorm LKW so reinziehen, ordentlich auf die Bremse laschen Das können die Leute doch nicht ernst meinen Das habe ich gar nicht gestanden Die Person am Steuer, das wurde noch selbst gecheckt und den Bock hier noch korrigiert Es hätte bestimmt viele gegeben, die das nicht mehr getan hätten, ja Und dann hätte es vermutlich geknallt Aber mit diesem, ja wie man fast schon sagen kann, Happy End Verabschiede ich euch jetzt gerne noch eine weitere Dashcam-Folge rein Rechts, da habt ihr noch eine verlinkt, klickt da drauf, ja dann kommt da hin Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Und ciao Leute, echt wirklich, also Autofahren anders gefährlich Danke für die Videos Tschüss So Freunde Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch Heute diesen wunderbaren Tag verbracht zu haben Äh, Talari, danke für 12 Monate Phil Kosmek, danke für 16 Monate Dream Patrol, danke schön für 38 Monate Und Sartre, danke schön für 15 Monate Äh, ich gucke mal Wo wir hingehen Ähm, morgen Ähm, gibt es Hier, ich glaube ab 20 Uhr Programm mit Olli Ab 21 Uhr Dann Primetime mit Flo Also wundert euch nicht Hier wird so ein kleines, äh Mixed Feature unterwegs sein Äh Äh Boom, boom, boom Boom Sind Olli und Flo keine Kleinen Streamer Pass auf Freunde Komm, wir suchen uns doch einfach mal gemeinsam Jetzt hier jemanden raus Aus der Normalen Just Chatting Kategorie Gehen wir mal rein hier Viel zu wenig Ne Gibt es nicht wenig zu viel? Aber wir gehen einfach nach unten So Freunde Was ist ein Olli? Gute Frage So Hier spielt jemand Vollgeist in der Just Chatting Kategorie Aha, aha So Was ist denn klein? Okay, es gibt einfach vier Leute hintereinander, die Asche schreiben Fünf Leute Das ist ja jetzt nicht mehr so klein Neunhundert Zuschauer Das ist doch jetzt nicht klein, Freunde Das ist doch Und außerdem kennen wir doch alle Asche Also jetzt Nicht, dass wir sie nicht mögen Aber Ich dachte Wir nehmen einfach jemanden Neun Und gucken Ob da vielleicht Vielleicht was Spaßiges dabei Ist Neu und klein Hier schaut jemand Rezo Das haben wir schon geguckt Keule Dankeschön Kapuzke Essen und trinken Kapuzke Kapuzke Wir gucken rein Geburtstag Stream Macht eine Schwarzwälder Kirschtorte H31 Zuschauende Schauen wir das jetzt hier mal Das ist perfekt Gut Dann gehen wir da mal rein Freunde Ich wünsche euch viel Spaß Danke für euren Support Danke für alles Danke für diesen wunderbaren Stream Denkt daran Morgen Ab 20 Uhr Ist hier wieder Programm Also unbedingt einschalten Wir sehen uns Ich muss jetzt was essen Danke für die guten Besserungswünsche Kommt die letzten vier Drei noch rein Damit wir hier auf tausend Leute kommen Macht mit Das ist jetzt so unangenehm Wenn das nicht klappt Seid dabei 98 99 1001 Okay Raid geht raus in 3 2 1 Tschüss Hab euch lieb Dank 3 3 3 4